warum soll ich mich jetzt in diesen pessimismus hineinwerfen der nur dazu führt dass sich nichts ändert also ich glaube dass wir die kunst der zuversicht tatsächlich brauchen damit wir die welt wie sie ist ein wenig verändern können weil sonst bleibt alles wie es ist und das können wir uns nicht leisten andererseits habe ich eine sehr schöne erfahrung gemacht meiner freundin die starb irgendwann besucht ich sie und dann war auch ihr sohn da und sie ist immer so weggenickt und immer wenn sie wieder aufwacht hat sie ja das ist so schön dass ihr da redet und da habe ich wirklich was verstanden habe ich gedacht das ist für den für den sterbenden wenn menschen kommen und die sich unterhalten viel einfacher als wenn nur einer kommt weil dann hat man ja irgendwie das gefühl man muss sich mit dem unterhalten und diesmal konnte sie einfach wegdriften und wir beiden redeten sind sie weil sie dem tod jetzt näher gekommen sind weniger ängstlich was den tod betrifft ich wusste dass sie das fragen würden willkommen im hotel matze ich bin matze hiescher und ich treffe mich mit menschen die mich interessieren und versuche herauszufinden wie die so ticken mein heutiger gast ist gabriele von arnim gabriele von arnim ist autorin und journalistin sie schreibt für viele große deutsche medienhäuser hat diverseste gesprächsformate im fernsehen im radio moderiert war lange auslandskorrespondentin in new york und von drei jahren erschienen das leben ist ein vorübergehender zustand ich habe das buch jetzt erst im januar gelesen und war total begeistert und berührt davon dass ich sie direkt ins hotel eingeladen habe im buch geht es um die beziehung zu ihrem mann sie waren 20 jahre zusammen und dann wollte sie sich eigentlich von ihm trennen hat das auch gemacht und am selben tag erlitt er einen schlaganfall über die folgenden zehn jahre über die pflege und all das was dann passiert ist schreibt sie in ihrem buch wie gesagt sehr berührend sehr eindrücklich jemand bezeichnet das buch mal als heilende zumutung und ich finde das trifft es sehr sehr gut im letzten jahr erschien ihr neues buch der trost der schönheit und der titel lässt schon vermuten worum es darum geht ich fand es auch sehr sehr lesenswert wir sprechen in unserem gespräch über verdrängung und resilienz zwei große themen in ihrem leben es geht um aufmerksamkeitsgeflatter ein neues wort was ich hier gelernt habe sprechen viel über gefühle über liebe und tod und krankheiten auch und dann ganz am ende geht es um die kunst der zuversicht ich wünsche euch viel vergnügen im hotel matze mit gabrielle von anim gibt es immer diesem wetter da draußen irgendwas schönes ja natürlich also heute besonders weil es hatte geregnet in der nacht ja das heißt ich weiß irgendwie die bäume haben genug wasser gekriegt die in der stadt und die im wald und dann kam aber so die ersten blauen flecken das heißt ich habe gedacht und ich kriege noch ein bisschen sonne ein bisschen helligkeit und das fand ich wunderbar diese mischung liebe ich gibt es aber irgendwas also normalerweise ist diese zeit ja januar februar berlin früchterlich trist es ist grau und sie könnten ja eigentlich irgendwo in der welt sein wo es sonnig ist was ist das schöne an berlin in dieser zeit dass sie hier bleiben ich nehme mir das jedes jahr vor jedes jahr sage ich nächsten februar bin ich weg ja und ich habe es noch nie geschafft fragen sie mich nicht warum ich weiß es nicht es liegt doch ein grund ist sicherlich es liegt auch am allein leben ich habe keine lust alleine irgendwo hinzufahren und ich finde eigentlich nicht so recht jemanden der sagt ich komme jetzt drei wochen mit dir und und außerdem denke ich das ist so die zeit da gibt es die vielen schönen konzerte und da kann ich viel ins kino gehen oder zu hause am ofen sitzen manchmal mag ich sogar wenn es früh dunkel wird weil dann kuschelt man sich so eine in der wohnung und sagt wie herrlich heute an muss ich nicht mehr raus also es hat auch was schönes diese zeit nur so irgendwann so ende februar anfang märz wenn es dann noch mal wieder kalt wird und noch mal wieder grau und immer noch grau dann geht mir das schon auf den kex muss ich schon sagen aber ist es nicht deswegen auch so schön dann im sommer hier weil es eben so fürchterlich im winter ist also brauchen wir nicht um die schönheit zu erkennen das genaue gegenteil wie immer wie immer genießen wir natürlich dann die ersten sonnenstrahlen oder jetzt auch die warmen temperaturen wie im moment genießen wir natürlich besonders weil wir weil wir schon so viel grässliche tage hinter uns haben und ja deswegen sind wir ja auch wie verrückt also sobald die ersten sonnenstrahlen draußen sind sitzen wir ja alle draußen also ich weiß dass zeweke öztama heißt sie oder öztem oh gott meine namensgedächtnis das auch eine alterserscheinung die hat mal geschrieben dass es wirklich erstaunlich ist also für sie als türken dann sitzen die leute im märz draußen und gucken neidisch auf gegenüber weil die haben sonne und sie selber nicht also diese sonnen hungrigkeit von uns die hat natürlich damit zu tun dass wir irgendwie relativ wenig sonne haben letztlich können wir uns ja nur auf drei richtig schöne schwimm monate freuen also und da ich es liebe zu schwimmen und an den see zu fahren und so weiter ist das für mich sozusagen eine eigene jahreszeit die schwimm jahreszeit mit welcher alterserscheinung können sie am wenigsten umgehen da gibt es so viele die so mühsam sind also ich habe vorhin schon erzählt ich bin mit tränen in den augen hier reingekommen ich fand es ganz schön ich dachte herrlich sie haben gedacht ich freue mich so auf sie dass ich dass ich weine hier ankommen nein ich muss gestehen das hat mit dem alter zu tun weil irgendwas funktioniert dann nicht mehr richtig und dann fließen einem einfach die tränen das finde ich mühsam warum ist das mühsam weil eigentlich ich denke natürlich sowieso es hat was reinigendes wenn man so weint und natürlich ist das nicht das gleiche wein aber ist doch irgendwie was ist doch irgendwie was schön warum es sind tränen also das ist doch schön ja weinen ist was wunderbares weil weinen ja sozusagen wirklich auch erleichtert und weinen einen sozusagen auch innerlich so ein bisschen aufweicht und oder man nur weinen kann wenn man innerlich aufgeweicht ist also ich brauche irgendwelche kitschigen filme um gut weinen zu können oft weil ich finde die welt so schrecklich dass einem die auch die tränen stecken bleiben nein aber dieses weinen ist ja kein weinen das ist ja nur ein wasserfließen aus den augen sozusagen deswegen hat das nichts mit reinigung zu tun und auch nichts mit ach gott ich atme mal tief durch und jetzt habe ich geweint wie schön nee das hat damit nichts zu tun das ist ja ohne gefühl ja es ist ja rein das nervt einfach nur ein bisschen nervt einfach nur dass man denkt die leute denken auch gott die arme wie geht es ihr denn weil ich da irgendwie schluchzen eben nicht sondern nur weinend durch die straßen gehe also also das ist eine alterserscheinung aber die scheint mir nicht so schlimm zu sein nein schlimm würde ich das überhaupt nicht nennen es ist mühsam also es ist alles so so lächerlich im vergleich was sonst so los ist im alterserscheinung ist ich glaube dass langsamer werden das fällt mir schwer körperlich oder kopf beides also körperlich sowieso aber das kenne ich schon da gibt es da geht es mir fast besser als anderen weil ich eigentlich von kind auf körperlich behindert war und immer gehumpelt bin und immer schwierigkeiten hatte und wenn andere sagen es ist so mühsam die schuhe anzuziehen kann ich sagen kenne ich seit 40 jahren insofern da habe ich es besser weil ich wie gesagt das schon kenne aber im kopf ich vergesse namen das finde ich irritierend das ist mir früher nicht passiert und das langsamer werden überhaupt so bevor ich in den tag komme oder bevor ich ich trödle mehr ich dödel mehr wie ich das nenne was ich allerdings auch genieße muss ich ja war ich immer so effizient und das war irgendwie ging immer alles eins nach dem anderen ich habe immer noch meine galopptage aber ich habe auch meine dödelstunden zwischendrin und das finde ich einfach so wunderbar dann dauert es eben zwei stunden morgens bis ich dann irgendwann mal bei der zeitung sitze auch egal wunderbar ist das also ich freue mich also ich kenne das auch schon dödelstunden aber ich freue mich noch mehr so man kennt das ja manchmal so dieses klassische bild der alten menschen die irgendwo im fenster sitzen herrlich denke ich auch wenn ich das irgendwann kann doch ich setze mich ins café also ich hänge nicht am fenster sondern ich setze mich ins café auch um leute anzugucken also manchmal lese ich auch zeitung manchmal einfach nur um leute anzugucken oder auch natürlich gesprächen zuzuhören das liebe ich natürlich so heimlich lauschen also ja klar was die leute nebenan so reden und besprechen und was sie wichtig finden und worüber sie sich wieder beschweren müssen oder auch worüber sie sich mal freuen das ist leider seltener und ich bin natürlich wahnsinnig neugierig finde ich es herrlich im café zu sitzen oder auch nur zu gucken ich habe ein café bei mir in der nähe das liegt an einem spielplatz und das finde ich ganz herrlich also da die kinder zu beobachten wie die spielen und es ist so diese diese totale konzentration auf den moment also wenn ich da irgendwie eine leiter hoch krabbeln will um auf die rutsche zu kommen dann ist dieses kind auf der leiter und dann auf der rutsche und nirgendwo anders ja und das finde ich wunderbar das ist ja etwas was wir alle lernen müssen oder üben müssen weil wir das ja oft gar nicht können also dann sitzen wir irgendwo und sagen also ich sitze im café und denke ich könnte jetzt auch im kino sein und schon bin ich nicht mehr in dem moment im café sondern bin ich nenne das mal das aufmerksamkeitsgeflatter und der der tik natan dieser wunderbare vietnamesische mönch sagt immer wenn man irgendwie von dem einen moment in den anderen springt gleichzeitig und den einen moment nicht wirklich konzentriert in sich aufnimmt dann sagt er mir you miss your appointment with life und das finde ich so ein schönen spruch den finde ich ganz toll sie sind ja ein bisschen älter als ich entschuldigung ihre großmutter könnte noch nicht sein aber ihre mutter nun leicht ja dieses leben im moment also ich glaube dass das ja eine möhre ist die uns der buddhismus und die achtsamkeitslehre so ein bisschen vor so hinhält und mir ist es obwohl ich meditiere und so weiter also wirklich es sind vielleicht sekunden in dem mir das mal gelungen ist gelingt ihnen das kennen sie momente des ich bin nur hier ich bin nur jetzt und ich denke nicht an das kino morgen oder an die meine jugend oder das was irgendwann mal war oder sein könnte also ich liebe das vielleicht noch nicht aber ich übe es ja ich auch immer ich übe es immer weil ich es wichtig finde und weil ich es gerade im moment angesichts dessen was in der welt los ist wichtig finde denn ich merke dass ich fange morgens mit den nachrichten an also kaum wache ich auf habe ich mein telefon vor der nase und fange mit den nachrichten an was sicher keine gute idee ist eine freundin hat neulich gesagt ich meditiere erst und dann schaue ich nachrichten an das finde ich sehr viel schlauer machen sie auch finde ich sehr viel intelligenter und und glaube ich auch sorgsamer mit sich umgehend ich fange gleich mit den nachrichten an und bin eigentlich schon deprimiert wenn ich aufstehe und dann muss man ja dagegen also oder muss ich weiß nicht ob man aber ich will nicht deprimiert bleiben also muss ich dagegen angehen das heißt ich muss mir dann möglichkeiten suchen um meine kleine eigene lebenswirklichkeit wieder gut und schön zu gestalten ich weiß nicht ob sie den film von wim wenders perfect days gesehen ein unglaublicher film ich liebe diesen film und da ist ja der mann geht ja jeden morgen aus seinem haus guckt in den himmel und lächelt ich versuche das auch genau gesehen habe ich auch und das finde ich ist eine fantastische übung ja das ist eine richtig richtig schön eine fantastische übung der guckt aber nicht aufs handy früh das ist ja mal nein gar nicht stimmt sie sind 1946 geboren und sie haben jetzt schon zwei oder dreimal gesagt was in der welt los ist und es gibt ja immer was was in der welt los ist und haben sie das gefühl dass jetzt mehr in der welt los als jemals zuvor in ihrem leben ja vielleicht liegt es auch daran dass ich bewusster bin als je zuvor in meinem leben ich bin viel empfindlicher geworden ich habe gedacht das würde so ein bisschen weniger werden denn wenn man alt wird und schon so viel gesehen hat und so viel erlebt habt könnte man ja denken dass man so ein bisschen abgebrühter wird und sagt kennen wir doch aber das was im moment passiert also nicht nur diese beiden kriege sondern auch diese polarisierung innerhalb unserer gesellschaft das ist jetzt so ein blödes abgenudeltes wort polarisierung aber ich merke es wirklich auch in meinen eigenen freundschaften also wenn mir freunde wenn mir eine freundin schreibt eine amerikanische freundin mit der ich seit weiß nicht fast 50 jahren oder sowas befreundet bin dass sie fände sollten alle israelis aus gaza und palästina raus dann bin ich erstmal sprachlos und dann geht so eine whatsapp geschichte los dass ich sagen wie willst du das irgendwie erreichen und dann willst du israel vernichten zerstören und dann sagt sie naja so wie die palästina seit 75 jahren zerstört haben so das kenne ich nicht in dieser radikalität die auseinander das kennen sie nicht aus früher als ich meine sind ja jahrzehnte wo so viel kalter krieg und was nicht alles also stimmt aber es hat für mich jedenfalls hat es eine andere hat es ein anderes gefühl es ist es ist eine intensität und es ist eine eine gleichzeitige orientierungslosigkeit und wegen dieser orientierungslosigkeit ist mein gefühl ich mag ja völlig falsch liegen damit ich weiß es nicht aber wegen dieser orientierungslosigkeit suchen so viele leute eine feste meinung und damit sie sich irgendwo festhalten können und an dieser meinung festzuhalten macht es ihnen möglich zu glauben sie besser weiterzuleben und ich bin auf genau dem entgegengesetzten weg also ich finde man sollte eher lieber zuhören und eher lieber irgendwie die eine und die andere meinung bin ich jemand ich habe andauernd zwei meinungen ist auch nicht so praktisch ich meine die anderen haben mehr halt das stimmt schon aber nur für eine weile und ich glaube es ist kein guter halt und ich mache natürlich selber auch entsetzliche fehler neulich habe ich jemanden getroffen und hatte plötzlich das gefühl oh der ist afd nah und ich sage immer allen leuten wenn ihr das glück habt mal ein afd menschen zu treffen dann fragt ihn aus und warum er dazu kommt und fragt und fragt und fragt was habe ich gemacht ich habe keine einzige frage gestellt sondern nur getobt also furchtbar alles was ich anderen immer sage und mir selber auch habe ich über bord geworfen und es falsch gemacht also insofern ist es schon wirklich auch eine herausfordernde zeit finde ich sehr herausfordernd und ja noch mal auf die frage zurückzukommen ich finde es hat es macht mir auf eine art und weise angst wie mir bisher fast noch nichts politisches angst gemacht hat die welt wie sie im moment ist und ich kenne das von von zeitgenossen und auch noch älteren die ähnlich reagieren also ich habe einfach angst dass unsere demokratie hier kaputt geht ich habe angst dass herr trump wieder gewählt wird ich habe angst dass der gaza krieg irgendwie in einen einen richtig großen krieg ein mündet dass die hisbollah doch noch mal anfängt im mittel aus libanon heraus den großen krieg zu führen und so weiter und da ich aber nicht mit angst leben will muss ich ja unentweig dagegen halten und muss das suchen was mir dann auch wieder zuversicht geben kann der himmel also der himmel oder auch es gibt so wunderbare initiativen von jungen leuten die irgendwie für die demokratie kämpfen die für die umwelt kämpfen die für mitmenschlichkeit kämpfen also das lese ich mir dann immer durch und das gucke ich mir an und darüber habe ich jetzt auch ein kleines büchlein geschrieben was jetzt irgendwann rauskommt aber das tue ich auch als selbsttherapeutisch als als wenn man das aus selbsttherapeutischen gründen haben sie noch eine erinnerung wie diese nachkriegszeit in der sie aufgewachsen sind also so wie die war also haben sie noch ein gefühl dafür weil sie haben jetzt also eine sie sagten gerade dass sie jetzt so viel angst haben wie noch nie und ich habe gesagt wie fast noch nie glaube ich jedenfalls also nun muss ich dazu sagen dass diese nachkriegszeit ich habe so wenig erinnerung daran ich bin ja in einem merke in einer merkwürdigen umgebung aufgewachsen also da galt irgendwie dieses dicktum bloß nichts fühlen das heißt man lässt nichts an sich heran und dazu war ich ziemlich krank und ziemlich mit mir beschäftigt als kind und junges mädchen und ich habe politik nicht so wahrgenommen wie heute ich bin erst später aufgewacht für das was in der welt geschieht und bin immer ganz erstaunt wenn ich denke du hast doch da in den 60er 70er jahren da hast du doch auch schon gelebt und warst wach aber ich war nicht so involviert wie heute ich war nicht so ja politisch interessiert engagiert beunruhigt und insofern habe ich gar nicht so viele erinnerungen an die zeit und was ich im moment spannend finde weil ich im moment das gefühl habe dass ich da wieder ein bogen was ich schließt aber es wird ein bogen gerade den ich gerade wieder wahrnehme gibt einen bogen den ich gerade wieder wahrnehme und das ist wenn ich jetzt versuche die welt auszublenden einfach um mich selbst zu schützen immer mal wieder habe ich festgestellt wenn ich das zu viel mache nimmt mein mitgefühl auch für andere dinge ab also ich habe festgestellt wenn ich mal sage ich lese irgendwie anderthalb tage die zeitung nicht was selten vorkommt dass ich zum beispiel für eine kranke freundin weniger mitgefühl hatte als sonst also irgendwie schotte ich mich dann emotional offenbar in viele richtungen ab deswegen finde ich diese gradwanderung auch so schwierig also ich möchte mein mitgefühl nicht irgendwie irgendwo liegen lassen in der ecke aber ich möchte mich auch nicht zerstören lassen also ich lebe nach einem motto das heißt ich möchte auf zerstörung nicht mit selbstzerstörung antworten aber diese gradwanderung also da bin ich fast täglich irgendwie dabei rechts und links mal runter zu fallen und manchmal auch geradeaus zu gehen wie hat sich dieses bloß nichts fühlen wie hat sich das gezeigt also es ist ein sie haben das wir haben das gerade merkwürdiges merkwürdige umgebung also man kann sie auch man kann es auch man kann es wohlhabend es war reich und kalt reich und kalt und wie hat sich die da gezeigt also diese kälte also ist das ist diese kälte wirklichkeit gewesen oder ist diese kälte nur das was man gesehen hat gefühlte wirklichkeit gefühlte wirklichkeit gefühlte wirklichkeit also es gab keine wärme es gab keine nähe es gab keine wirklichen gespräche über gefühle es gab disziplin es gab irgendwie indianer kennt keinen schmerz es gab so diese ganzen geschichten die man kennt und ich merke jetzt bei lesungen wenn menschen auf mich hinterher also also wenn sie kommen zum signieren und dann mit mir reden und wie viele sagen oh gott das kenne ich ich kenne das auch aber sie sind doch viel jünger es muss doch irgendwann mal besser geworden sein ich glaube jetzt wird es gerade besser aber ich kenne ich bin 79 geboren ich kenne das auch ich kenne also als ich in ihrem buch das gelesen bin jahre keinen keinen schmerz da hatte ich damals auch schon ich denke jetzt immer noch ja aber es stimmt natürlich weil wir ja natürlich diejenigen sind die eure generation erzogen hat und wir mussten ja auch erst mal da rauskommen aus diesem kreislauf ja das hat ja gedauert also bei mir hat es gedauert also meine tochter würde wahrscheinlich auch hier sitzen und sagen kenne ich ja weil ich sicher einiges weitergeführt habe und weil ich so spät aufgewacht bin weil wir und so viele von uns offenbar so spät erst aufgewacht sind denn ich höre das auch immer wieder von jüngeren auch jüngeren frauen die sagen auch gott wir sind ja genauso aufgewachsen wo ich immer sage kinder das kann doch nicht sein aber wenn ich dann anfange darüber nachzudenken doch es kann eben doch sein weil wir diejenigen sind die ihre generation erzogen hat und aber ich fragte deswegen ob diese kälte wirklich wirklich ist ob nicht vielleicht auch ihre eltern sich was anderes gewünscht hätten ob sie nicht vielleicht doch gedacht genauso klar weiß ich nicht ich habe keine ahnung ich vermute mal dass die ja nun nochmal wieder ganz anders sozialisiert war durch den krieg und auch davor davor noch also deutschland war ja nicht bekannter für ein gefühlvolles land zu sein also das kennen wir ja aus vielen büchern und aus der literatur und auch aus erziehungs büchern und so weiter und so fort dass man also ich meine dass man auf keinen fall irgendwie gefühle zeigte und auf keinen fall nach sich zeigte und sondern dass man irgendwie kraftvoll und und tugendhaft durch die gegend lief und dazu gehörte wärme war keine tugend und ich meine das muss man sich mal vorstellen dass man in der zeit gesagt hat wer nicht hören will muss fühlen kenne ich auch den spruch ich dachte auch das gibt es doch nicht dass man den damals auch schon kannte und fühlen hieß gezüchtigt werden nämlich verkloppt werden also ich bin nicht verkloppt worden aber viele haben es ja erlebt die haben ja noch von den lehrern noch irgendwie die lineal auf die fingerspitzen gekriegt und so weiter wer nicht hören will muss fühlen wie kann man das wort fühlen so pervertieren schrecklich 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 absolut sie haben gerade schon erzählt dass sie als kind krank war das war mit neun hatten sie sind es aus der hüfte was rausgesprungen was war es in ein also ich bin da ist die die hüft kugel aus der hüfte gesprungen und deswegen lagen sie im bett zwei jahre lang so gut und knapp anderthalb jahre oder sowas ich habe kein gutes zeitgefühl aber so ungefähr anderthalb jahre ungefähr und habe lange so schienen getragen und bin an krücken gegangen und so weiter und in dieser zeit hat sich auch keine wärme gezeigt ich glaube eher im gegenteil weil keiner wirklich damit umgehen konnte also jedenfalls erinnere ich mich nicht daran ich habe eher das gefühl dass das die zeit war in der ich um überhaupt zu überleben also emotional zu überleben in so eine eisbox gekrochen bin und dann habe ich jahrzehnte gebraucht um daraus wieder rauszukommen hat diese eisbox dann aber in den ersten moment geholfen naja ich lebe ja noch hat es ja offenbar hat es ja offenbar nein das weiß man ja auch aus der psychologie dass bestimmte verhaltensweisen in bestimmten situationen nötig sind um das zu überstehen aber wenn die situation sich verändert hat braucht man diese verhaltensweise nicht mehr und das merkt man nur nicht immer so schnell und rechtzeitig bleibt dann dabei bleibt dann dabei und in diesen zwei jahren also ich weiß es ist schon auch eine weile her aber ich habe das in ihrem buch gelesen dass jetzt poesie keine große rolle spielte in ihrer familie überhaupt nicht aber für sie dann in dem moment haben sie gelesen haben sie gemalt haben sie wir also wie kann ich mir das vorstellen das weiß ich nicht mehr so genau das interessante ist ich habe neulich gerade habe ich da gesessen und gedacht ich hatte ja dann diese riesen schiene ich kann mich nicht erinnern wie ich die morgens angezogen habe ja ob mir jemand geholfen hat also das war schon als ich aus dem bett raus war ich weiß es nicht mehr ich habe keine ahnung und das finde ich schon sehr merkwürdig diese richtigen gedächtnislöcher malen ist schwer wenn sie flach auf dem rücken im bett liegen gelesen habe ich also in it bleiten und solche sachen aber was ich so den ganzen tag gemacht habe würden sie sagen dass das sehr sehr prägend für sie war diese zwei jahre ja und dann ja auch die jahre danach weil dann bin ich ja in die schule gekommen und ich wusste gar nicht mehr wie man mit kindern umgeht sie waren klassen clown ich war klassen clown weil ich dachte irgendwie muss ich auch die aufmerksamkeit auf mich ziehen und hat lauter unsinn angestellt ich hatte da immer noch also diese schiene und humpelte und und war sowieso irgendwie anders als alle anderen und war keine gute zeit und hat mich sicher geprägt hat sicher sozusagen also erstmal die schein und sein habe ich nicht immer gut auseinander halten können in welchen momenten oder verhaltensweisen merken sie heute noch das ist ja immer noch ein kleines mit das kleine kind was hier gerade reagiert das kleine die die kleine neunjährige ich weiß nicht ob das kleine kind noch oft reagiert aber ich weiß dass ich auch noch manchmal abschotte also ich kann sie als box ja und in die eisbox gehe das kann passieren und dann kriege ich eine stimme die wird so die wird auch kühl und kalt und dann kann ich mich überhaupt nicht leiden das mag ich überhaupt nicht aber es passiert leider wenn man in so einem reichen elternhaus aufgewachsen ist also ihr vater war privat banker hat eine große private bank gegründet und geleitet hat pleite gemacht hat welche rolle spielt geld bei mir spielt eine rolle spielt eindeutig eine rolle weil nach der pleite ich natürlich irgendwie das gefühl hatte so das möchte ich nicht erleben also ich möchte genug geld haben vor allem möchte ich genug geld haben um im alter angenehm leben zu können welches zu oft gesehen habe bei menschen die im alter plötzlich knapsen mussten und deswegen ich habe sehr viel gearbeitet in meinem leben ich war immer sehr vorsichtig mit geld ich bin überhaupt kein verschwender und fange jetzt eigentlich erst an oder naja schon ein bisschen länger aber etwas großzügiger zu werden und wenn der eigene vater der so stark ist und so kalt ist wenn der so auf die nase fällt und pleite geht und das ist ja dann nicht etwas was so im verborgenen passiert wie hat sich das gezeigt dass sieben wie meinen sie dass wir hat sich das gezeigt emotional ja bei ihm genau also dass man ich stelle mir dass also wenn man immer so der der chef im ring ist und dann also das ist ja ansehen da geht es um was man hat und dann plötzlich etwas so großes nicht mehr hat das ist ja gerade für menschen die die müssen dann erst recht die maske aufsetzen und erst recht sozusagen irgendwie die den würdevollen alten mann spielen okay konnten sie je mit ihren eltern darüber reden also in die mich nicht wirklich nein also geredet wurde nicht wirklich in dem hause aus dem ich komme insofern war das eigentlich nicht wirklich thema nein und wir haben ja selbst unter den unterhalb der geschwister kam geredet oder innerhalb wie nennt man das kaum erst sehr viel später auch also wenn ich das höre und mir ist das schon als ich die ihre letzten beiden bücher gelesen habe dann so aufgefallen das ist ja wirklich das radikalste was sie gerade machen also so was ich gerade machen sie meinen weil ich alles so ehrlich erzählt weil sie alles so ehrlich erzählen weil sie sich so in ihren gefühlen ihre gefühle äußern weil sie ihr vater ein wort verweichlicht nutzt er oft und weil sie sich ja maximal weich zeigen in allem was sie so publizieren und wie sie sich wie sie auch hier sitzen das ist ja so eine das ist ja so ein radikaler so eine radikale entfernung das ist ja wahnsinn eigentlich also eine totale befreiung ja es ist wirklich eine wunderbare befreiung ich meine jetzt natürlich auch so dass ich zwischendrin dann um die mal ein bisschen angst habe und denke wenn ich hier irgendwie zu ehrlich oder rede ich zu viel erzähle ich zu viel und ich stelle auch fest jetzt werden wir hier reden ich schreibe lieber drüber als ich drüber rede weil beim schreiben immer noch so eine bisschen eine distanz da ist zwischen der person die ich beschreibe und mir ja und deswegen fällt es mir leichter drüber zu schreiben als drüber zu reden und weil es wirklich wie sie sagen ein radikaler schritt ist total krass und aber gleichzeitig bin ich so froh ich bin so froh zu sprengen also diese mauern zu sprengen und für mich die habe ich natürlich schon nach und nach gesprengt ist ja nicht ein erweckungs erlebnis und alle mauern sind weg seit ja irgendwie auch jahrzehnte gedauert aber es ist gut haben sie manchmal so dieses es gibt ja so film filmische szenen für sowas auch ne und ich dachte gerade so das ist wie so ein bisschen ich sehe sie gerade wie in so einen quentin tarantino film oh gott habe ich nie angeguckt weil ich immer angst davor hatte aber ein bisschen kill bill mäßig sie laufen dann von dann und im hintergrund ist die die villa ihrer eltern ich stelle mir natürlich wie eine villa vor fliegt auseinander und unsere diese alte welt zerbricht so stelle ich mir das vor und werden aber das passiert ja während sie zu hause sitzen oder wo auch immer und schreiben und dass sie schreibend eigentlich diese all das also das steht ja nicht nur für ihre eltern sondern für eine generation einfach in die luft jagen das merken sie manchmal dass das radikal ist während sie das tun ja weil ich natürlich viel erzähle erzähle und sehr viel mehr nicht erzähle also es hat natürlich ganze passagen gegeben die ich wieder gestrichen habe weil es zu viel ja weil ich es zu viel fand auch weil ich dachte ich will niemanden denunzieren in dem sinne sondern ich will tatsächlich nur erzählen was es mit mir gemacht hat ja also ich will jetzt nicht sagen die waren insgesamt irgendwie dies oder jenes das kann ich gar nicht sagen ich reflektiere ja immer nur oder und spiegele nur das was es mit mir gemacht hat und deswegen ist es nicht so universell radikal sondern es ist für mich radikal ja sind sie stolz ich glaube nicht ich glaube froh was ich vorhin gesagt habe trifft es viel mehr ja der erwender sagte hier dass das private a priori uninteressant ist und da machte den unterschied zwischen privat und persönlich ich auch mache ich immer den unterschied wo ist für sie die grenze also ja auch geht das manchmal dass sie sie in der form wie sie schreiben manchmal ist es also ganz oft ist es ich und wenn ich das gefühl aber ja dann wird sie das ist irgendwie das ist übrigens automatisch passiert das ist wirklich interessant dann schreiben sie über sich als als sie ja und das ist automatisch passiert habe ich gedacht das doch interessant also offenbar wurde es dir dazu heikel und da bist du in die dritte person gegangen und das fand ich dann guten kunstgriff und hat gelassen aber es ist automatisch das auto ist automatisch beim schreiben gekommen das fand ich auch super also aber es hat mir gefallen ja natürlich und es hat mir geholfen natürlich weil ich dann teilweise das war ja vor allem in dem buch in den passagen über also in dem buch über dem ich über die krankheit meines mannes schreibe und es hat mir geholfen da dinge zu erzählen die ich schwierig fand und aber auch da habe ich immer die unterscheidung zwischen privat und persönlich gemacht also es gibt natürlich viele dinge die ich in beiden büchern nicht erzähle und weil ich sage das ist jetzt wirklich privat ich kann ihnen jetzt kein beispiel geben weil dann würde ich ihnen ja das private erzählen machen wir das jetzt nicht wie ist also ich bin der generation aufgewachsen wo es auch diese gleichen sätze gab ich merke jetzt aber die nächste generation wird viel weicher wie geht es ihnen also wenn wie ist es mit unterhaltung mit ihren freundinnen und freunden in ihrem alter also wie reagieren die darauf dass sie so radikal unterwegs sind also vielleicht auch gerade mit älteren freunden interessanterweise sind die meisten finden das gut ja finden das gut weil sie sagen ach es muss ja mal gesagt werden und wie gesagt auch so bei den leserinnen vor allem sind es frauen aber die lesen ja sowieso mehr wie wir wissen wirklich ja viel mehr ich lese sehr gerne deswegen ja es gibt ja auch männer die lesen so ist es ja nicht aber es gibt halt viele männer die gerade bei solchen themen dann irgendwie auch tatsächlich abschalten also ich kenne viele leute also viele frauen die mir sagen mein mann liest ein buch nicht also das leben ist ein vorübergehender zustand weil sie sagen das ist nichts für mich also damit kann ich jetzt nicht umgehen mit krankheit und und tod und das muss ich nicht haben das ist aber auch um kranken mann geht es natürlich auch noch und dann bei dem anderen trost der schönheit ist neulich ein mann nach einer lesung zu mir gekommen einer der wenigen von ich weiß nicht wie vielen die da kamen und hat gesagt wissen sie der titel also das ist nichts für uns männer trost und männer das passt irgendwie nicht und da habe ich gedacht wie traurig also männer brauchen kein trost weil sie ja immer stark sind und nicht schwach sind weil trost brauche ich ja nur wenn ich schwäche zugebe aber das tut man offenbar nicht entschuldigung also ich zitiere nur jemanden einen leser fand ich interessant ja es ist ja also ich wollte nur sagen frauen lesen sowieso mehr deswegen kommen auch mehr frauen in diese lesungen und hinterher zu mir und und viele sind auch so dass sie sagen die sind irgendwie so erleichtert dass es mir jemand ausspricht ja also manche wollen auch richtig dass ich reinschreibe für eine leidensgenosse was ich dann immer ein bisschen schwierig finde aber man macht es trotzdem sie haben gesagt ich habe zwar gut funktioniert abitur gemacht studiert promoviert mit 19 geheiratet ein kind bekommen aber ich war innerlich nie richtig dabei wie kann ich mir dieses habe ich geschrieben das haben sie gesagt im interview okay wie kann ich mir dieses nicht richtig dabei sein vorstellen also ist das wie so ein gardinen stangen blick die ganze zeit oder ne es würde ich etwas anders beschreiben wollen ich denke da natürlich auch drüber nach was war es eigentlich und sehe ich mich eigentlich auch richtig im rückblick weiß ich nicht weiß man ja nie nicht wird es eher beschreiben als eine kleine innere betäubung also als ob man als ob man noch nicht so ganz wieder aufgewacht ist aus der narkose das heißt man kann schon funktionieren also ich gebe ein beispiel ich habe vor einer weile eine neue hüfte gekriegt habe am tag nach der operation und irgendwie dieser narkose einen roman gelesen ich kann ihnen bis heute nicht sagen was in dem roman drin stand so ein bisschen stelle ich mir das auch vor dieses wie ich gelebt habe ich habe funktioniert aber also ich gelesen gearbeitet studiert promoviert und so weiter aber innerlich hat es mich nicht wirklich erreicht ich habe zum viel gelesen ich habe sowieso ein schlechtes gedächtnis aber viele bücher haben mich nicht erreicht was ja so erstaunlich nicht ist wenn man innerlich betäubt ist aber damals habe ich das immer gar nicht begriffen habe ich gedacht ich lese das und eigentlich weiß ich gar nicht was ich gelesen habe das ist erst so langsam entstanden dass das lesen auch was tatsächlich mit mir zu tun hatte dann diese eisbox und dieses verdrängen ist es ja vor allen dingen haben sie das so lange haben sie die jetzt erst richtig aufgemacht durch das schreiben oder oder haben also gerade diese wir schon über diese kindheitserfahrung gesprochen oder jugenderfahrung ist ihnen das immer präsent gewesen oder war das auch wirklich irgendwann mal so eine ganze zeit lang weg und irgendwann merken sie ach da war ja was gut die hüfte merken sie natürlich die merke ich natürlich an dauernd dreimal sind die schon operiert worden die hüften insofern das ist leider ein ständiges thema nein das ist nicht durch schreiben gekommen sondern das war eigentlich so gerade bei dem buch das leben ist ein vorübergehender zustand also dieses krankheitsbuch war so dass ich irgendwann nach dem tod meines mannes mal angefangen habe weil ich dachte mensch wenn man so was existenzielles überlebt und eigentlich schreibt muss man versuchen das zu schreiben und es ging nicht das wäre ein selbst therapeutisches buch geworden das wollte ich nicht ich wollte ich dachte das ist wirklich mühsam für den leser ich lese die auch nicht so gerne ich lese lieber bücher wo jemand schon mal so ein bisschen paar schritte ohne mich gemacht hat das wollte ich auch machen und habe diesen text liegen lassen sich ja drei vier jahre und habe dann erst wieder angefangen nachdem ich selber so ein bisschen 20 jahre es war ja eine lange zeit ein bisschen diese zeit in mein leben eingeordnet integriert wie immer sie das nennen wollen hatte und insofern ist das selbst therapeutische eigentlich nicht glaube ich nicht wirklich da eingeflossen weil das versuche ich immer zu machen bevor ich anfange zu schreiben dass ich schon so ein bisschen klarer bin und ich kriege dann auch einen anderen ton ich kriege dann ein bisschen distanzierteren ton und ein auch so ein bisschen mehr lakonie da rein und da ich auch dinge dann besonders berührend finde wenn sie mir lakonisch erzählt werden und relativ pathos frei möchte ich auch gerne so schreiben das heißt es hilft ihnen vor allen dingen in der formulierung da es hilft mir den ton zu finden tun den ton durch die durch die sprache und ich liebe sprache also ich schreibe relativ schnell und bastel und redigiere ewig hat sich diese sprache verändert in den letzten jahren bei ihnen also also auch mit dem das leben ist ein vorübergehender zustand ist das ist das anders geworden als vorher haben sie gemerkt oder der ton ist jetzt anders ich hatte ja lange kein buch geschrieben artikel geschrieben ja ich habe artikel geschrieben da hat sich der ton glaube ich nicht so sehr verändert aber gegen die früheren bücher ich habe auch mal kurzgeschichten geschrieben und die sind sehr kunstvoll und sehr künstlich also ich habe da selber lange nicht reingeguckt irgendwann hat neulich eine moderatorin mal daraus zitiert und ich muss sie so blank angeguckt haben dass sie gesagt hat sie haben offenbar keine ahnung wovon ich rede und was ich jetzt zitiert hat nee das ist aus ihrem erzählband ich weiß nicht weiß gar nicht mehr das dritte zimmer glaube ich war es und ich hatte keine ahnung mehr weil ich lange da nicht reingeguckt haben aber ich erinnere mich dass das sehr künstliche geschichten waren also das ist wo eine freundin damals schon gesagt hat ich glaube die geschichten solltest du mal zum psychotherapeuten tragen das ist ja also der weg zum psychotherapeuten ist ja wahrscheinlich dann auch richtung befreiung aus dieser eisbox ja ich habe so viele therapien gemacht in meinem leben aber wann fing das an dass sie gemerkt haben so jetzt muss ich mal aus dieser ich muss diese box dem ost der muss ich jetzt mal raus erst mal auch an erkennen ich sitze überhaupt eine box drin also man also das hat ich wie gesagt ich bin immer ganz schlecht mit zeit ich schätze mal ich war so vielleicht 30 als das anfing oder so was heute bin ich 77 also ich bin schon eine weile dran aber ich glaube wirklich die die entscheidenden jahre waren wirklich die die diese zehn krankheitsjahre mit meinem mann da habe ich wahnsinnig viel gelernt und da konnte man einfach nicht mehr so eine eine künstlichkeit und eine und so so eine kiste irgendwie um sich herum haben also ich konnte das nicht und da ist viel aufgebrochen da ist sehr viel aufgebrochen also diese zehn jahre waren schon sehr entscheidend für für wirklich die nächsten schritte sagen wir es mal so kommen da auf jeden fall noch zu ich würde gern ein bisschen diese new york zeit mir angucken wollen weil ich habe mir das also sie sind ja dann sind mutter haben sich getrennt von dem ersten mann und sind alleinerziehend nach new york gezogen das stelle ich bin mit dem mann nach new york gezogen habe ich da von ihm getrennt viel besser natürlich ja viel besser war wer weiß ob ich so deutschland geschafft hätte ja weil new york hat mich befreit auch das war schon der erste befreiungsschritt sozusagen von welchen jahren sprechen wir ungefähr in new york ich war glaube ich vielleicht 26 oder so als wir dahin zogen 27 ungefähr und wie kann ich mir den alltag davor stellen naja ich hatte auch da ich bin sowieso ein angsthase und auch da hatte ich große angst hinzugehen weil ich gerade ich über zelby exit to brooklyn gelesen hatte und das zeigt ein jork bild wo man denkt da gehe ich jetzt mit einem anderthalbjährigen kind hin glaube ich keine gute idee und ich fand new york großartig ich habe es geliebt sehr schnell das war in den 70ern es war noch so die räudige zeit von new york und unglaublich lebendig und wir haben dann relativ schnell irgendwie also auch freunde gefunden oder ich jedenfalls also mein mann war wir lebten ein bisschen in verschiedenen welten und als ich gemerkt habe dass er immer meine geschichten erzählte irgendwo weil ich dann schnell journalistisch angefangen hatte zu arbeiten und er war banker habe ich gedacht irgendwie auch nicht so spannend und ich fand es ganz toll weil das war wie gesagt das war so ein total anderes leben ich habe so viele neue bilder in den kopf bekommen ich habe damals einen reiseführer über new york geschrieben und ich bin die ganze stadt abgelaufen also immer wenn das wenn wenn meine tochter in der in der kita nennt man das ja heute war dann bin ich losgezischt habe mich im bus gesetzt und bin irgendwo hingefahren und bin da rumgelaufen und dann irgendwie drei stunden später wieder zurückgekommen und ich glaube ich kannte noch nie eine stadt so gut wie new york und das hat mir einen unglaublichen spaß gemacht also es war herrlich weil ich diese nachbarschaften so spannend fand und dann hier da gab es die läden die ich sowas hatte ich in meinem leben noch nicht gesehen ich habe witzige freunde gehabt ich habe ein richtig lustiges leben da geführt und noch fast noch nie vorher glaube ich so viel gearbeitet gleichzeitig weil nachdem ich mich getrennt hatte musste ich ja irgendwie gucken wie ich zurecht kam und war dann korrespondentin von einer einer wochenzeitung die hieß das allgemeine deutsche allgemeines sonntagsblatt gibt es nicht mehr war korrespondent von art der kunstzeitschrift und habe dann aber auch unterm pseudonym für ganz viele geschrieben warum ja weil zum beispiel das zeitmagazin und die zeit für die ich geschrieben habe da hat dann irgendwann einer der redakteure zu mir gesagt wissen sie frau von annem ihr name taucht zu viel auf und die wollten gerne exklusiv mich haben aber nicht exklusiv bezahlen also musste ich irgendwie dann bei einigen unterm pseudonym schreiben ja völlig verrückt also ist eigentlich eine unverschämtheit oder voll ja fand ich auch aber das scheint mir doch eine sehr lebendige zeit gewesen zu sein total ja befreiend wahrscheinlich ja war sehr schön also mit allem kummer der dazugehört und mit allem was man sonst so erlebt natürlich aber es war eine es war eine richtig tolle zeit sehr ich mochte das sehr die verdrängung spielte aber auch wieder eine rolle zumindest habe ich das in der vorbereitung gelesen dass sie dort erst angefangen haben mit dem thema kollektive verdrängung sich zu beschäftigen eben was passiert ist in deutschland in der nachkriegszeit warum ist das für sie so ein thema gewesen also warum wurde das gerade dort zu so einem thema naja weil ich natürlich oft darauf angesprochen wurde ich wurde oft darauf angesprochen was haben deine eltern gemacht wo haben sie gestanden innerlich oder äußerlich und ich konnte es oft nicht wirklich beantworten weil es zu hause nie thema gewesen war in der schule zwar aber ich habe das eigentlich nicht wirklich übertragen auf meine eigene familie also insofern ich weiß was verdrängung in vieler hinsicht bedeutet und naja und dann gab es natürlich geschichten dass irgendwie maler malten unsere wohnung und dann hatten sie mir abends erzählt dass sie im laufe des tages hätten sie mir riesige swastikas also hakenkreuze auf die wand gemalt aber die hätten sie dann netterweise wieder übermalt oder ein freund hat mir erzählt dass seine tochter der war beim essen zu mir und dann hat seine tochter am nächsten morgen gefragt na gab es tomaten suppe mit kleinen swastika nudels also hakenkreuz nudeln so also ich habe ja viele solche dinge erlebt und ich kannte sehr viele juden ja und hatte immer hemmungen natürlich und hatte dann schuldgefühle oder scham würde ich sagen weil schuld ich bin 46 geboren ich hatte ja nun keine schuld in dem sinne aber man kann schuld auch ja bis zum wissen gerade erben aber vor allem würde ich sagen waren es wirklich schamgefühle und und hatte dann das große glück mich ein bisschen mit hans saal zu befreunden der wohnte irgendwie wenige blocks von mir entfernt der wunderbare exil schrift exilierte schriftsteller der dann in new york lebte und hans saal hat mir dann herrliche geschichten erzählt weil er gesagt habt ihr deutschen wollt immer eure schuld und eure scham bei mir abladen er hat gesagt sie glauben es nicht aber neulich ist eine frau gekommen die hat gesagt sie wollte unbedingt meine wohnung putzen eine deutsche frau also der hat die absurdesten sachen erlebt hat immer gesagt ich will aber gar nicht euer seelenklempner sein das muss doch jetzt hier irgendwie nicht sein und mit dem habe ich ganz viel geredet über diese geschichten habe auch viel geschrieben darüber also artikel und interviews und ja habe mich sehr beschäftigt damit und als ich dann nach deutschland zurückkam nach zehn jahren new york habe ich gedacht ich möchte eigentlich darüber nochmal schreiben weil ich habe das ja vorher vor new york gar nicht wirklich als thema für mich begriffen ich habe mich eigentlich gar nicht als ich habe mich schon als deutsche begriffen in der geschichte aber ich habe mit meinen eltern meiner familie und so weiter nie wirklich drüber gesprochen und ich habe das nie richtig recherchiert und dann habe ich ja versucht aber oder nicht versucht habe mit mehreren leuten geredet und die haben gesagt ach komm das ist so das war jetzt ende der 80er jahre die haben die mitte der 80er jahre und die haben gesagt ach komm das ist so lange her das interessiert doch keinen mehr und muss doch nicht sein und dann habe ich irgendwann kam dann ralf giordanos die zweite schuld raus das war ein fantastisches buch und den habe ich besucht und habe gesagt macht es eigentlich sinn dass ich sowas schreibe sie haben es doch letztlich jetzt alles schon geschrieben da hat er gesagt es muss doch auch mal von eurer seite kommen und dann habe ich gedacht so das ist es hat recht jetzt mache ich mich dran dann habe ich dieses buch geschrieben das große schweigen damals noch mit der hand ganzes buch mit der hand wie eine wirklich besessene da war ich wirklich besessen von dem thema besessen von dem thema und habe es auch wieder nicht auf die eigene familie übertragen das war das große manko an diesem buch ich habe unendlich viele leute gefragt auch mal kurz meinen vater aber der war so unnahbar da war überhaupt nichts zu holen und ich habe mich nicht getraut richtig zu piksen und zu insistieren warum hatten sie so angst ach dieser vater war eine solche autoritäre furchtperson dass ich selbst mit wie alt war ich denn da war ich auch schon irgendwie anfang 40 oder 40 dass ich mich da immer noch nicht daran getraut haben wir hängen so eine kollektive schuld oder einen kollektives verdrängen so rum wie hängt das mit dem privaten verdrängen zusammen naja ich glaube eben sehr sonst hätte ich ja wahrscheinlich die familie nicht ausgelassen also ich glaube dass das schon ineinander spielt das kollektive und das private verdrängen also das auf der einen seite sagen nazi vergangenheit weiß ich gibt es und ich habe ein schlechtes gewissen deutsche zu sein oder ich bin nicht gern deutsche aber natürlich hängt das auch zusammen dann die ganze eigene familiengeschichte zu verdrängen und gar nicht so richtig zu begreifen was da eigentlich gelaufen ist aber verdrängung hat ja auch ist auch eine schutzfunktion ja natürlich deswegen habe ich ja vorhin gesagt es ist wenn ich heute verdränge also wenn ich sage ich kann die nachrichten eigentlich fast nicht alle aushalten dass ich da diese gradwanderung habe zwischen verdrängen und aufnehmen zwischen empfinden und abschalten also insofern das ist ja das setzt sich ja fort das ist ja setzt sich ja unbedingt fort diese dieser wunsch zu verdrängen und diese notwendigkeit ist nicht zu tun oder temporäre wunsch das ist den habe ich nicht als sozusagen prinzipiellen wunsch als temporären wunsch erleben sie menschen die zu viel fühlen also gibt es das ja es gibt menschen die so durchlässig sind dass mit denen können sie kaum in einen schwierigen film in ein kino gehen und die haben die ganze nacht liegen sie dann wach weil sie darüber nachdenken das muss ist jetzt keine gewalt oder irgendwas ich gehe nie in gewaltfilme das halte ich nicht aus weil ich kriege die bilder nicht wieder aus dem kopf aber wenn es irgendwie so schwierige psychische themen sind und es gibt menschen die können die können eben nicht wirklich abschalten oder verdrängen oder wie immer wir das jetzt nennen wollen und es gibt menschen die sagen es ist meine moralische pflicht alles zu wissen alles zu wissen was geschieht also die schauen sich jeden film über die ukraine den krieg an die schauen sich alles an es ist die moralische pflicht es ist die moralische pflicht zu wissen und zu zu sehen was die menschen erleben müssen ich kann das bis zum gewissen gerade nachvollziehen weil ich habe mich immer geärgert über deutsche die gesagt haben was in der nazizeit passiert es ist so schrecklich ich will das gar nicht genau wissen habe mich geärgert fand ich nicht richtig weil ich habe gesagt die leute mussten es erleiden die menschen mussten es erleiden und wir wollen es nicht mal wissen das geht irgendwie nicht aber heute wenn ich höre dass jemand sich alles anschaut und dann sozusagen schlaflos und 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 die menschheit begrübelnd im bett liegt das tut der welt auch nicht gut das hilft auch nicht aber dieses zu viel fühlen heißt ja auch eigentlich man kommt gar nicht mehr ins handeln richtig und deswegen glaube ich eben ich wiederhole mein motto ich will auf zerstörung nicht mit selbstzerstörung antworten weil ich brauche kraft und wenn ich keine kraft habe dann handel ich auch nicht dann verbinde ich mich auch nicht mit anderen weil ich dafür ja natürlich auch wieder initiative brauche und irgendwie sagen muss komm lass uns jetzt mal zusammenkommen und lass uns mal überlegen was wir tun können und so weiter und so fort und und ich will meine kraft nicht ganz verlieren ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor also diesen also sie haben das ja schon erzählt diesen diese balance zu halten und ich kenne das aber nicht dass ich diesen dass das mitgefühl verschwindet wenn ich die nachrichten nicht lese darüber ist darüber gesprochen ich merke eher dass ich mehr mitgefühl habe für meine umgebung sogar also dass ich die mehr wahrnehme weil ich nicht in der ukraine bin oder am gasastreifen oder wo auch immer sondern ich bin eher hier und nicht da also das ist das kann ich gut verstehen das kann ich gut nachvollziehen aber es gesagt gab bei mir so einen punkt wo ich gemerkt habe ich verdränge auf einmal alles das fand ich so interessant welcher moment war das ja das war in einem moment wo plötzlich in so einem halbtraum kriegsbilder hochkam und wo ich dachte im moment fühle ich mich offenbar geschützt genug damit sie hochkommen können und habe dann erst gemerkt dass sich durch diese verdrängung also so eine unempfindlichkeit auch auf anderen gebieten hatte es war ich habe mich wirklich sehr erschrocken aber es war auch wieder sehr lehrreich weil dadurch wurde mir die gradwanderung die jetzt schon so oft zitierte noch mal wieder so deutlich und ich musste gucken wie ich da am besten balanciere sie scheinen sich immer auch zu beobachten also also immer auch zu gucken jetzt also sie sie gucken auch immer auf sich in so einer reflektions also nicht immer ist ein großes wort so eine art des währenddessen schon versuchen zu begreifen zu formulieren was was ist das jetzt gerade was genau in so einem zu reflektieren was da eigentlich gerade mit mir geschieht ja das stimmt und das hat sicher auch mit dem alter zu tun ich hatte einen alten freund der vor ein paar jahren gestorben ist mit 95 oder sowas und der hat mit anfang 90 hat er dann gesagt ich frage mich wirklich warum ich so alt werde das muss doch irgendeinen grund haben ich glaube ich bin noch nicht der der ich werden sollte ich glaube ich muss noch mal gucken und den habe ich ganz oft im ohr weil ich denke wie wirklich interessant dass jemand im alter überlegt warum er so alt wird und ob er nicht vielleicht noch eine aufgabe zu erfüllen hat in der welt weil er auch fand er sollte doch die welt vielleicht ein bisschen besser verlassen als sie war als er anfing und hat dies und jenes versucht und gemacht und war sehr aktiv und engagiert und ich glaube das ist ein bisschen so ein vorbild satz für mich geworden dass ich denke also ich bin zwar noch nicht 90 aber ja auch schon ziemlich alt dass ich denke was ist denn meine funktion eigentlich in der welt habe ich eine funktion habe ich eine aufgabe die ich zu erfüllen habe und darüber sehr nachdenken es bleibt ja auch nicht mehr so viel zeit darüber nachzudenken und zu handeln wenn möglich und insofern ja spielt eine rolle aber ich drehe mich jetzt nicht nur die ganze zeit um mich selbst so schlimm ist es nicht so wie sie es eben beschrieben und wie ist ihre antwort darauf wer sie habe gedacht jetzt habe ich ihm eine solche vorlage gegeben weil das kann ich natürlich überhaupt nicht beantworten ich weiß es überhaupt nicht ich kann es ihnen wirklich nicht sagen was meine aufgabe ist in der welt ich versuche natürlich bestimmte nach bestimmten ideen oder werten oder sonst irgendwas zu leben aber es gelingt mir längst nicht immer aber was wirklich meine aufgabe ist im moment habe ich ein bisschen so ein gefühl dafür also ich rede viel von den demokratie dösern also die leute die die demokratie verdösen die das gefühl haben demokratie sei da und die bliebe auch und nicht begreifen dass demokratie kein zustand ist sondern ein prozess da irgendwie die leute aufzustören das ist mir tatsächlich ein wichtiges anliegen ja ich sehe das wäre ehrlich gesagt ganz klar bei ihnen was die aufgabe ist bitte erzählen sie es mir den eisblock kaputt zu haben naja das ist ja sowieso die ständige aufgabe ja aber das ist ja also es ist also ich habe ja auch schon paar leute getroffen hier auch in diesem in diesem raum und wie gesagt also ich finde das so radikal wie sie also ist ja immer die frage wo kommt man her und wenn man sozusagen in der antarktis aufgewachsen ist und dann in die sahara und dann und dann auch vielleicht ist man da ja auch schon zumindest also italien scheint es auf jeden fall schon zu sein dann scheint mir das und das vor allen dingen auch kollektiv zu machen also es ist ja nicht nur ihre eigene also aufgaben sind ja auch immer ich mache es ja nicht kollektiv ich mache es ja schon sozusagen im kämmerlein ja aber dann schreiben aber dann schreibe ich ja genau ja also deswegen glaube ich dieser eisblock das ist doch ja das ist natürlich das ist ja die ständige das ist die ständige herausforderung ja aber ich glaube das ist doch auch eine aufgabe ja also ich also aber ich fühle mich nicht als missionarin nein das finde ich auch nicht so nee nee also dann so wenn wir das wenn wir das so definieren können also ich habe jetzt nicht das gefühl ich habe eine aufgabe die welt zu missionieren irgendwie zu fühlen oder sowas um gottes willen also ich hatte gerade die diskussion neulich mit jemandem der gesagt hat sie geben ja lebenshilfe in dem buch und geben sie auch ratschläge da habe ich gesagt nein ich habe gelernt vom psychologen ratschläge sind auch schläge und dann hat er gesagt aber manchmal braucht man doch einen guten rat warum haben sie denn so eine scheu davor ratschläge oder einen guten rat zu geben habe ich auch gesagt ich glaube ich erzähle dann lieber von mir selbst und dann kann jeder machen was er will aber anderen einen rat zu geben finde ich schwierig es sei denn es fragt mich jemand und dann kann ich sagen du ich glaube ich würde so reagieren aber ich bin nicht du also insofern also ich bin keine missionarin wir haben ihnen anderen menschen aus dieser eisbox heraus geholfen also ich kenne das sozusagen beziehungsmäßig also ich habe jetzt nie meine eltern nie die irgendwie groß liebevoll miteinander umgehen sehen und war dann ganz schockiert als eine meiner ersten freundinnen meine hand nahmen in der öffentlichkeit und mich küssen wollte nicht was ist denn was sie sind noch nicht mal 50 ja also ich habe es eigentlich eher durch beziehung gelernt würde ich sagen so diese ddd ost die ostkälte loszuwerden bei mir war es waren es auch total beziehung das waren zum teil männer aber es waren auch die schon erwähnten vielen therapien die haben auch geholfen und ich weiß noch dass ich einmal zu einem therapeuten gesagt habe ich gehe hier nicht wieder weg bevor ich nicht einmal bei ihnen geweint habe und dann ahnte er wohl schon dass das schwierig würde nach sagt wie wäre es mit lachen also da wusste ich schon wo es sozusagen bei mir hakt da kommen wir wieder zu den tränen des anfangs aber das waren ja wie gesagt andere tränen und können sie es jetzt weinen ja es ist es ist manchmal komme ich jetzt wieder auf die welt zu sprechen angesichts dessen was passiert kann ich oft nicht weinen also ich muss dann bei netflix irgendeinen wahnsinnig kitschigen film angucken dann kann ich weinen und das tut mir gut und weil wir über werden wenn man sein kann weil wir daher gekommen sind ist das sein sollte werde der du bist ist das etwas was sie sich für sich wünschen also dass sie wirklich dieses das gefühl was da vielleicht irgendwie anspringt dass das auch wirklich sich zeigen kann ja es ist so ich finde das ist so widersprüchlich auf der einen seite pinder werde der du bist auf der anderen seite walt whitman ich bin viele da muss man ja auch erst mal sagen welches ich will ich denn tatsächlich sein und leben und eigentlich will ich auch die vielfalt ich will ja nicht nur ein ich sein ich möchte schon viele ich sein aber sie sollen möglichst alle echt sein insofern ist das ja auch ein cpu anspruch weiß ich nicht ob man das wirklich schafft aber dieses ich bin viele ich mag das gedicht so wahnsinnig gerne ich mag diese zeile so gern weil ich denke wir sind doch alle laufen ja nicht nur eindimensional und wir sind so widersprüchliche wesen und so widersprüchlich in unserem handeln und unserem denken und unserem wollen und das akzeptiere ich aber auch das finde ich auch gut und finde ich auch bereichernd und das finde ich auch provozierend und provokation ist ja etwas was ich sehr mag weil nur das sozusagen mich ja wieder irgendwo den nächsten sprung nehmen lässt das heißt ja also ich finde diese vielen menschen zu sein heißt aber auch im grunde all die gefühle die es gibt auch zu akzeptieren genau die guten wie die schlechten und zu sagen das bin ich jetzt bin ich die wütende person jetzt bin ich die liebende person jetzt aber die alle zu mögen ist gar nicht so einfach was ich wohin erzählt habe wenn ich so meinen harschen ton kriege also die mag ich nicht so richtig aber auch das ist das gehört ja auch dazu ja aber trotzdem mag ich sie nicht wie kann ich mir die beziehung zu ihrem zweiten mann vorstellen was sie so erzählen wollen wir zwischen privat und persönlich alles was ich erzählen will steht in dem buch was möchten sie wissen naja ich möchte ich sage gleich was ich vor allen dingen wissen will aber ich war wir immer wieder über diese eis box auch sprechen und darum drehen ich glaube dass jede beziehung sich also eine beziehung die vor einigen lange hält dass die sich gegenseitig etwas geben was der also jeweils andere nicht hat und das hat mich interessiert also was konnte ihnen ihr zweiter mann geben und was haben sie ihm geben können was ein puzzlestück das ihnen vorher gefehlt hat und ihm gefehlt hat also da kommen wir jetzt sehr an die grenze zwischen persönlich und privat insofern ich würde jetzt da keine einzelheiten erzählen aber ich würde insgesamt sagen dass wie gesagt die eisbox frau und der impulsive mann sich da gefunden haben und die die gedacht hat sie würde viel mit dem kopf machen was natürlich gar nicht stimmte und er der tatsächlich beides hatte es war ein unglaublich schnell denkender witziger explodierender mann und insofern haben wir für eine weile jedenfalls ganz gut zusammengepasst eine weile ist schon also 20 jahre naja aber am ende waren es 30 aber sind aber es gab ja auch die zeit wo ich dann ich meine das schreibe ich auch in dem buch dass an dem tag an dem man dann den ersten schlaganfall hatte hatte ich mich hatte ich ihm mittags gesagt ich wollte mich trennen also es war ja schon eine weile dann nicht mehr so ja sagen wir mal köstlich gewesen ja das ist jetzt eine sehr private frage das weiß ich also sie wissen ja unter journalisten es gibt nur indiskrete es gibt indiskrete es gibt keine indiskreten fragen sondern nur indiskrete antworten gut köstlich und unköstlich woran erkennt man dass eine beziehung gerade nicht mehr schmeckt oder woran haben sie das erkannt auch ich denke wenn man den anderen nicht mehr erreichen kann und nicht mehr weiß wo ist und sich irgendwie alleingelassen fühlt dann stimmt da irgendwas nicht mehr ja dem ist gerade erzählt sie wollten sich oder sie haben sich von ihm getrennt an dem tag als er dann am ende einen schlaganfall hat hatte und danach gab es zehn weitere jahre die sie beieinander waren darüber schreiben sie auch sehr viel in ihrem buch ich habe das heute früh meinem sohn erzählt also der wollte wissen wen ich heute treffe der ist elf und das so erzählt auch von dem buch und die erste frage die er gestellt hat das ist glaube ich die frage die sich fast alle stellen ich habe sie nicht drauf gehabt aber ich frage sie jetzt quasi für meinen sohn haben sie schuldig gefühlt ja fragen natürlich alle habe ich mich ja selber auch gefragt weil wenn wenn du mittags jemandem erzählst du willst nicht mehr leben mit ihm und abends hat er den ersten schlaganfall ist ja eigentlich das normale dass man sagt himmels willen was habe ich denn da gemacht hatte ich nicht ich glaube wahrscheinlich auch wieder ein stück verdrängung weil die lebenswirklichkeit war jetzt so gewaltig dass ich irgendwie für schuldgefühle auch keinen platz hatte aber auch weil ich fand ich hatte recht zu sagen was ich gesagt habe also um das wort köstlich wieder aufzunehmen um es nicht näher zu beschreiben es war nicht mehr gut die zeit mit ihm oder zwischen uns mit mir ja vielleicht auch nicht und insofern hatte ich keine schuldgefühle ich hatte ich hatte glaube ich auch wie gesagt keine kraft überhaupt schuldgefühle zu haben aber die sind auch später nicht gekommen und ich glaube nicht dass ich sie verdrängt habe sondern ich fand eben dass ich in dem moment es ihm zu sagen in dem moment in dem ich es ihm sagte recht hatte für aus meiner sicht und insofern war das dann ich weiß immer nicht wie ich das nennen soll weil ich mag ja schicksal irgendwie nicht so gerne aber es war jedenfalls irgendwie eine eine bombe die dann explodierte für sie war aber sofort klar das spielt jetzt keine rolle mehr mein was ich da am namen gesagt hat sondern ja da war ein mensch in not und das war ein mensch ist es war ja nicht so dass ich den nun überhaupt nicht mehr mochte ich meine wir hatten ja schon 20 jahre zusammengelebt und ich mochte viele sachen unglaublich gerne an ihm auch immer noch ich wollte nur nicht mehr mit ihm zusammenleben oder konnte nicht mehr aber das spielte wirklich keine rolle mehr weil jetzt ging es wirklich nur darum kann er überleben kann ich was tun was kann ich tun ich war nur im modus des kämpfens ich kann das sehr nachvollziehen für den anfangsmoment also für diese schwierig zeitlich zu umkreisen ein zwei jahre wo wo es jeden tag ein neues ergebnis und man es ist nirgend es ist nicht alltag und dann wird es ja irgendwann alltag man ist zu hause und dann findet man sich in einem neuen leben wieder nämlich in diesem betreuten leben betreuenden leben ja gab es da auch nie das gefühl dass die tür ich flughafen new york naja der wunsch war natürlich ganz oft da aber ich hätte es nie gemacht aus loyalität ja aus loyalität ich habe mich das ja auch gefragt ich habe gesagt was machst du hier eigentlich also ist es jetzt irgendwie anstand oder willst du vor den anderen menschen nicht doof dastehen oder ist es ich will mich gar nicht als guten menschen darstellen das bin ich glaube ich gar nicht so unbedingt aber wenn es einem menschen so schlecht geht der mann der früher ein berstender mann gewesen war der der welt die welt erklärt hat also vielen menschen immer sehr gerne der konnte nicht mehr sprechen der konnte nicht mehr laufen der konnte nicht mehr schreiben und er konnte nicht mehr was habe ich jetzt gesagt sprechen schreiben laufen lesen der ist vollkommen aufgeschmissen im leben der braucht für alles hilfe der braucht für alles unterstützung der braucht der braucht jeden tag irgendjemanden der ihm nicht nur physisch hilft sondern ihm auch psychisch wieder irgendwie stärke gibt da kann man doch nicht abhauen das ging nicht also der wunsch war natürlich immer da weil ich hatte schon das gefühl ich lebe auch bis zum gewissen gerade im gefängnis aber auch nicht nur auch da wieder die widersprüchlichkeit des lebens also es hat ja wir hatten vorher hat uns immer schon gerettet das lachen und das war jetzt in diesen jahren auch so wir haben sehr viel zusammen gelacht weil er war ja vollkommen klar im kopf er war schlau wie eh und je er konnte sich nur nicht gut ausdrücken oder jedenfalls doch er konnte sich gut ausdrücken aber es war schwer ihn zu verstehen als es war die artikulation die bei ihm vermindert war um es mal vorsichtig auszudrücken denn andere haben ihn fast gar nicht verstanden aber er hat alles hat ja alles begriffen er war wie gesagt vollkommen klar und hell im kopf und war wahnsinnig witzig nach wie vor wenn man ihn dann verstand und insofern hatten wir auch haben wir viel gelacht und es hat sich eben und das ist ja das verrückte an dieser ganzen geschichte ist hat sich in diesen zehn jahren auch eine innigkeit entwickelt die wir vorher lange nicht gehabt hatten aber dieses mal gab davor die es mal gab aber die sozusagen jetzt auf eine andere art und weise natürlich das war ja nun kein kein begehren und keine erotische liebe oder sowas aber es war irgendwie eine eine innige liebe die da entstanden ist aus fürsorge aus aus auch diesem gefühl der nähe heraus aus dem gefühl der zusammengehörigkeit heraus und ich habe ja das beschreibe ich auch in dem buch habe ja irgendwann in meinem tagebuch den satz gefunden liebe muss sein und habe gedacht mein gott was das denn für ein satz und aber stimmte glaube ich den habe ich also geschrieben damals während der zeit und das stimmte dass ich irgendwie das gefühl hatte man hält das nur aus mit liebe wenn man den anderen pflegt und salbt und ihm hilft und immer nur denkt eigentlich will ich dich ja gar nicht mehr macht man das sicher noch viel schwerer also ist auch ein gewisser egoistischer grundzug dabei bei dem gefühl oder bei dem satz liebe muss sein und so entstand dann langsam wirklich etwas ganz neues und er hat es schneller begriffen als ich und das war irgendwie eine also es war eine schreckliche zeit und eine tolle zeit eine aufbrechende zeit um auf den eispanzer wieder zurückzukommen und eine total widersprüchliche zeit wo man so viele widersprüche gelebt hat wie wahrscheinlich also nicht man gelebt hat ich gelebt habe wir gelebt haben wir wahrscheinlich selten sonst ist das das was diese zeit auch so kostbar macht weil sie so lebendig war obwohl der widerspruch wieder es ging ja doch auch um leben und tod ja sie war ja nicht nur lebendig genau und nicht nur nicht nur weil sie um leben und tod geht sondern weil sie auch um verzweiflung ging und verzweiflung ist zwar auch was lebendiges aber verzweiflung kann ja auch was in einem abtöten und insofern war auch das ja immer wieder so dieses dieses leben ging in die richtung und in die richtung und insofern war es nicht nur lebendig aber auch sehr lebendig und ich habe auch versucht es lebendig zu gestalten weil ich immer ich hatte drei vorhaben also da hatte ich wirklich drei vorhaben und ich glaube es waren drei ich wollte nicht hadern weil ich gesagt habe nützt niemanden und was hilft es wenn ich jetzt hadere und ich wollte nicht bitter werden und ich wollte nicht einsam werden weil ich dachte krankheit macht normalerweise einsam oder macht oft einsam nicht normalerweise aber oft das habe ich oft bei freunden erlebt die entweder selber sagten sie wollen niemanden sehen weil sie nur in dem zustand in erinnerung behalten werden wollten in dem sie früher gewesen waren und habe dann immer leute eingeladen und hatte diese geniale geschichte der vorleser also ich hatte einen kreis von 17 leuten die vorgelesen haben und am ende hatte ich eine kleine warteliste weil sich das herumgesprochen hatte und die waren toll die kamen tatsächlich obwohl sie ja nicht mit ihm reden konnten und er natürlich immer diskutieren wollte weil er ja irgendwie tatsächlich wenn sie die zeitung vorlasen er hatte ja was dazu zu sagen er war politische journalist gewesen und verstand das weltgeschehen immer noch sehr gut aber meistens haben sie ihn ja nicht verstanden das war sehr 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 frustrierend dann für beide seiten trotzdem sind sie immer wieder gekommen das fand ich ganz toll tolle menschen machen sehr bewundert und sie haben uns sehr geholfen sie haben über ihren mann geschrieben er war ein bär ohne wildnis als er dann krank war ein bär ohne wildnis was wer war ja immer noch aber wildnis ging nicht mehr war das hat mich nämlich gefragt also ob er wirklich dieser bär noch war weil das ist ja auch ein bär stelle ich das bild kraftvoll und das war ja nicht mehr war ja eigentlich ein verletzter bär auf jeden fall ja natürlich ein zerstörter aber ein bär war er immer noch immer noch eine unglaubliche lebenskraft hatte dass er diese zehn jahre überhaupt überlebt hat ist ein kleines wunder weil es hörte ja nicht auf dann nach den nach der krankenhaus und reha zeit und so sondern es war ja immer irgendwas also irgendeine irgendeine gefahr war immer dann kam fragen sie mich nicht alle möglichen geschichten und insofern und er hat das alles überlebt mit einer unglaublichen kraft also er ist bär geblieben er ist bär geblieben in vieler hinsicht also dann die letzten jahre nicht mehr aber sehr lange ich stelle mir das schwer vor wenn man bär ist und auch derjenige der erklärt der so der mann im raum ist und dem man wahrscheinlich weiß ich nicht wahrscheinlich hätten wir ihnen gemerkt wenn er hier reingekommen wäre also jetzt nicht nur jetzt sondern allgemein wenn viele leute da sind das sind ja alles da würde ich auch noch unterscheiden zwischen männer und frauen gerade diese bären diese alpha bären die können eigentlich nicht damit umgehen wenn sie bemitleidet werden also zumindest nach meinem empfinden wie ging das wie haben sie unterschieden oder miteinander unterschieden das ist jetzt mitleid das ist mitgefühl das ist ja manchmal auch so ein blick wie guckt die person einen an also das können ja gäste sein klar die dann kommen und kopf schieflegen aber auch wie haben sie da miteinander wir haben erst über den ton gesprochen beim schreiben wie haben sie den ton gefunden miteinander ich glaube der ton ist relativ gleich geblieben wie gesagt der humor war da und der zank war da wir haben uns auch in den in den jahren seiner krankheit wir haben uns wie die kesselflicker gezankt ich konnte ihn ja verstehen wir haben es wahnsinnig gezankt alles mögliche also er war ja so ein sturkopf auch also wenn ich dann wieder tausend therapien mehr ausgedacht und im internet gesucht und leute reingeschleppt hatte und sagte irgendwie dies mit zu doof dies mit zu hässlich der ist mir zu teuer mache ich alles nicht also über alles mögliche gezankt und das fand ich eigentlich sehr erleichternd weil es ist sowieso so schwierig weil wenn der eine krank ist und die frau ist gesund dann geht ganz leicht die fürsorge in übergriffigkeit über und er hat das gehasst er hat sich immer gewehrt dagegen also wenn ich zu der einen therapeutin gesagt hat kommen sie doch bitte zweimal in der woche dann hat er gesagt meine frau ist eine terroristin und also der bär war auch da und insofern war das kein kein verhältnis was nur von mitleid also mitleid hat ja auch so ein bisschen so ein gefälle von oben nach unten leicht das war es nicht weil ich ihn wirklich sehr glaube ich wirklich die ganze zeit respektiert habe und immer sehr versucht habe seine würde zu wahren auch bei mir ganz wichtig fand ich also den respekt und die würde zu wahren war mir wirklich ein richtig das war mir richtig ein anliegen und ein vorhaben und eine aufgabe für mich und ich glaube was für ihn vielleicht fast am schwierigsten war war meine angst ich habe jetzt schon so oft von ängsten gesprochen weil ich gesagt ich bin wirklich auf gut deutsch gesagt ein schisser und ich hatte sehr viel angst weil es war ja immer wieder irgendwas los und dann kam wieder irgendeine herzgeschichte und irgendeine dekubitus und dies oder das und und ich glaube das ist nicht gut ich hätte weniger angst haben sollen ich hätte ein bisschen selbstverständlicher mit dem umgehen sollen ich hatte auch angst vor dem sterben nicht nur für ihnen sondern auch für mich ja für die allein sein ja total war mein tag mein plan mein plan sage ich schon mein tag war ja durch geplant und durch getaktet da habe ich gesagt wie soll ich denn leben hinterher wie geht das denn da ist plötzlich ein ganzer tag den kann ich doch gar nicht füllen ich hatte zum glück nie ganz aufgehört zu arbeiten das hat geholfen und muss immer dazu sagen wir haben das alles in sehr privilegierten umständen gelebt weil er hatte eine fantastische versicherung und er hatte eine ordentliche pension eine gute und insofern konnten wir uns eine pflegerin leisten die fast jeden tag da war also jedenfalls mehrere stunden und insofern geht es ging es uns noch so viel besser als vielen anderen die in ähnlichen verhältnissen also nicht verhältnissen sondern in ähnlichen krankheitsverhältnissen leben sie haben gerade das wort würde benutzt sie haben auch gesagt mit würde wut und zärtlichkeit gelebte krankheitsjahre schreiben sie in trost der schönheit wie sieht eine würdevolle begleitung aus also in solchen momenten also vielleicht auch ich weiß sie geben keine ratschläge weil das sind ja ich kann ja nur von mir erzählen genau aber so wenn ja also das ist ja das deswegen fragte ich erst nach dem mitleid und und aber auch zu viel und zu wenig also was ja wie geht würdevolle begleitung eines kranken menschen den anderen respektieren und das ist gar nicht so einfach wenn sie gleichzeitig diejenigen sind die alle entscheidungen trifft und aber auch seinen sabber wegwischt ja klar nicht nur sein sabber also krankheit ist krude und das beschreibe ich ja auch in dem buch und deswegen haben einige leute gesagt also das buch lese ich ganz bestimmt nicht da kommt ja scheiße drin vor also im wahrsten sinne im wahrsten sinne des wortes ja natürlich ich meine krankheit ist auch das und ich habe gedacht wenn ich über krankheit schreibe dann auch richtig dann will ich auch erzählen wie es ist und auch das geht eigentlich am besten mit humor und es geht damit dass man sich vorstellt wie würde denn der andere damit umgehen also mich haben oft leute gefragt wie wäre es denn umgekehrt gewesen wenn sie den schlaganfall gehabt hätten oder zwei waren es ja schließlich bei ihm wie wäre er damit umgegangen und er wäre sicher mit vieler hinsicht anders damit umgegangen aber er hätte auch meine würde respektiert davon bin ich überzeugt und und hätte versucht mir die würde zu lassen trotz allem entwürdigenden was krankheit einem auferlegt und ich glaube das haben wir ganz gut hingekriegt wie schön ja kann man wohl sagen auch durchs lachen witze nicht witze aber naja so wenn er dann in die hose gemacht hatte und ich und er sagt dann irgendwie mein was hat er gesagt mein stuhlgang ist scheiße und dann habe ich gesagt ja was denn soll es aprikosenmarmelade sein oder war es so solche geschichten ähm Witze erzählt ne ich bin keine Witze erzählerin ich vergesse Witze sofort also eher so ein Humor im Alltag der Bär wird ja immer gesehen also auch vorher wurde ja immer gesehen ja absolut er war ja bekannt das mochten dann auch viele deswegen auch interessant wer dann später alles auf die andere straßenseite ging wenn wir auf der Straße waren und ich seinen Rollstuhl schob und der Bär hat ja auch drauf also es gibt den habe ich vor jahren gelesen das erste mal den den begriff krankheitsgewinn ähm ich weiß nicht ob sie den kennen krankheitsgewinn ist dass menschen die krank sind es dreht sich ja alles um sie äh oder vieles um sie und äh manchmal wird auch eine krankheit vorgeschoben ja und weil und die wollen da nicht ich also ich kenne das phänomen ich kannte nur den ausdruck nicht ja und leute wollen gar nicht gesund werden wollen gar nicht gesund werden genau haben sie das in irgendeiner form erlebt ne ne überhaupt nicht er hat gekämpft darum gesund zu werden mhm auch um frei zu sein von mir weil er natürlich doch auch die unterbrückung irgendwie merkte weil ich ja wie gesagt alles entschied und das fand er ganz schrecklich dass ich die jenige war die alles entschied weil er immer jemand war der er hat ja selbst entschieden ja natürlich ja ja klar er war ein berserker und dieser berserker war jetzt plötzlich abhängig das war die hölle für ihn wie gesagt auch das ging dann nur mit lachen irgendwann immer wieder ähm mit würde wut und zärtlichkeit wut wie hat sich diese wut gezeigt na auf beiden seiten bei ihm natürlich die wut darüber da in diesem rollstuhl zu sitzen und nichts zu können und abhängig zu sein wut auf die abhängigkeit habe ich ja eben schon erwähnt ähm und bei mir auch wut weil ich mich ja eingesperrt fühlte und weil ich das gefühl hatte das leben läuft da draußen irgendwie weiter und ohne mich und deswegen habe ich auch dann so viele leute ins haus geholt und so damit irgendwie das leben auch zu uns kam ich habe immer als motto ausgegeben wenn wir nicht in die welt kommen möge die welt zu uns kommen und ähm und das war auch unsere rettung also andere menschen muss ich wirklich immer wieder sagen waren wirklich auch unsere rettung wie sind das gelungen ich meine das ist ja also am anfang das weiß jeder oder nicht jeder also ne dann man ist jetzt wie liegt im krankenhaus in der ersten woche da kommen alle vorbei in der zweiten und dann wird es immer weniger aber dass es über zehn jahre ihnen gelungen ist dass da diese 17 vorleser vorleserin immer wieder kam dass sie ihr dinner geschmissen haben und dass da leute gekommen sind wie haben sie das geschafft das so zu gestalten dass das passiert das ist ja auch ein ort so ein krankheitsort ist ja auch so menschen haben ja angst vor krankheit die denken ja ist es könnte ansteckend sein und genau das habe ich auch erlebt wie gucken wir denn deswegen bewundere ich also die die immer wieder gekommen sind was ich vorhin schon gesagt habe weil die eben ihre angst überwunden haben einige hatten tatsächlich vorher angst und haben die dann überwunden indem sie gekommen sind um vorzulesen und ich weiß nicht ob ich es geschafft habe also ich habe sicherlich immer wieder die anstöße gegeben und die und den schubs gegeben und es gab einen kalender der an seinem bett liegt nur für die vorleser und wo die alle eingetragen wurden wann sie kamen und wenn dann irgendwann keiner kam und ich gesagt habe heute nachmittag lese ich hatte gesagt auch egal weil das liebte wenn die vorleser kam weil da kam eben ein anderes leben ins haus was sehr wichtig war nein und das war das ich frage mich auch manchmal woher ich die kraft hatte ich weiß es nicht die kraft sozusagen zu sagen jetzt lade ich irgendwie alle vorleser zum essen ein und jetzt machen wir eine wahlparty und jetzt machen wir dies und das also wenn ich zurückblicke wundere ich mich manchmal denn die kraft war schon groß die wurde allerdings im laufe der jahre auch immer weniger und heute wundere ich mich dass nach seinem tod noch wieder so viel kraft zurückgekommen ist wo immer sie herkommt naja es ist vielleicht ist noch vielleicht gilt es noch dinge zu schmelzen zu schmelzen bringen in welchen momenten haben sie ihre beherrschung verloren darauf sind sie auch so ein bisschen dass die beherrschung spielt ja eine rolle auch also gelernt ja gelernt disziplin und es ist ja auch die beherrschung hat ihnen ja auch erfolg gebracht ansehen gebracht also die hat ja auch was gutes ähm sie haben ja auch erst erzählt dass diese jahre so wichtig für sie waren auch in dieser ja aus der panzerung aufbrechen ja und deswegen ahne ich dass die beherrschung auch nicht immer da geblieben ist na natürlich nicht also ähm so wie ich neulich bei dem afd nahen menschen explodiert bin und getobt habe ähm ich glaube ich tobe vor allem in momenten der ohnmacht ich habe eine große angst vor körperlicher gewalt ähm und die vorstellung dass ich in einem staat lebe in dem willkür herrscht und ich willkür ausgesetzt bin sowohl bürokratischer als auch womöglich körperlicher willkür das macht mir wirklich angst also das ähm da hat es mit disziplin gar nichts mehr geht gar nichts mehr ähm ja ich glaube das sind so das sind so die momente ich kann auch wütend werden wenn irgendwas ich bin ja ein control freak immer noch bis zum gewissen gerade und ähm wenn dann irgendwas nicht so geht wie ich es will dann kann ich auch wüten aber dann ähm entschuldige ich meistens mich hinterher und während und während dieser krankheit während dieser zehn jahre wann ich da wütend geworden bin ja also wenn also die beherrschung verlieren also wie in solchen es ist ja auch manchmal naja die beherrschung verliert man ja auch durch überforderung ja also man ich ähm ja das ist ja immer man man schiebt ja immer so gerne sowas von sich weg und sagt dann man statt ich übe ich auch immer noch wie sie merken ja auch schön ähm und ja überforderung also dass man einfach nur noch da sitzt und sagt ich kann nicht mehr waren sie kann einfach nicht mehr waren sie grausam zu ihm nein also nicht gemein ne glaube ich nicht ne glaube ich nicht ich glaube wirklich dass das dass er meine angst für ihn das schwierigste war weil die ich natürlich die auf ihn übertragen habe und statt ihm es leicht zu machen habe ich ihm meine angst auch darüber gestülpt das war schwierig dieser satz liebe muss sein ja ein komischer satz nein das ist ein schöner satz ähm wie hat sich die liebe verändert oder vielleicht anders was ist erstmal liebe für sie überhaupt Gott wollen sie jetzt dass ich liebe definiere für sie ja klar das kann ich nicht eine frau der sprache mit der erfahrung genau aber die lieber schreibt als redet insofern ich werde darüber nachdenken und ihnen zwei sätze schicken ähm wie hat sich die liebe verändert naja was ich vorhin schon gesagt habe es war ja sozusagen eine liebe ohne begehren es war eine liebe der des mitgefühls und der zärtlichkeit der innigkeit und und so dieses gefühl dass das vermisse ich bis heute dieses gefühl der zusammengehörigkeit also dass es eine nähe gibt dass es eine selbstverständliche nähe gibt also ich beschreibe auch in dem buch so eine szene und an die denke ich auch manchmal noch ähm dass ich irgendwie da am herd stehe und schnibbel und er konnte dann irgendwann elektrischen rollstuhl jedenfalls so einigermaßen bedienen und kam dann da angefahren und stellte sich irgendwie neben mich und legte dann seinen wackelnden arm irgendwie mir um die hüfte und das sind einfach so so diese momente des wie gesagt des selbstverständlichen zusammenseins das mochte ich sehr diese form der diese form des ja diese form der nähe also für mich hat liebe viel mit nähe zu tun auch weil ich ohne nähe aufgewachsen bin sicherlich also wärme und nähe sind irgendwie da das ist eine große bedürftigkeit noch immer und ja eindeutig brauche ich sehr also ich brauche freunde ich brauche menschen ich brauche nähe ich brauche unterstützung ich brauche jemanden dem ich auch erzählen kann dass ich bedürftig bin weil ich komme ja immer so daher als ob ich irgendwie selbstbewusst und sonst was wäre und ähm insofern ist es einfach wunderbar freunde zu haben mit denen man ehrlich sein kann und denen man wie gesagt was ich lange auch überhaupt nicht konnte bedürftigkeit zu geben hat lange gedauert bis ich da irgendwie sagen konnte ich auch und ähm ne das sind alles dinge die ja die einfach so so das leben auf so eine andere art und weise als wie ich es von früher kenne bereichern ist die liebe auch ein vorübergehender zustand nicht immer glaube ich nicht es gibt doch also wenig aber es gibt doch manchmal paare die tatsächlich auch nach 40 jahren sich noch richtig mögen ja und es doch was wunderbares ich finde das herrlich wenn ich das sehe ich weiß noch dass in new york hatte ich freunde und als mein damaliger geliebter mich verlassen hatte irgendwie wollten sie mich dann einladen übers wochenende haben sie gesagt oder hältst du das nicht aus weil uns geht es gut na ich sagt doch weil dann kann man doch das gefühl es gibt es jedenfalls irgendwo ja oder herrlich oder in den netflix film gibt es ja manchmal auch ja genau aber das ist jetzt eine ganze weile her also auch dass er verstorben ist ich weiß nicht welches jahr und das sind ja dann wenn man so will brutto 40 jahre die sie sich kennen stimmt 20 jahre zusammen 10 jahre krank krank 10 jahre tot ist wie ist die liebe jetzt wie ist die liebe jetzt zu ihm immer wieder da immer wieder schmerzlich weil ich sehr viel dann doch an diese krankheitsjahre denke diese zehn jahre sind präsent sehr präsent durch das buch immer wieder nee also sicher auch also weil ich ja auch immer noch teilweise daraus lese aber auch wenn ich irgendwo stehe und denke ach an diesem geländer hat er versucht zu laufen oder es kommen immer wieder so momente hoch und wo ich einfach denke mein gott was für eine zumutung diese zehn jahre waren für ihn was für eine was für eine gefangenschaft also in so einem körper gefangen sein und einen klaren kopf haben aber diesen klaren geist eigentlich nicht ausdrücken können ja das macht mich unendlich traurig dann immer wieder aber denken sie da auch an sich also ich meine es ist ja auch also das ich wusste jetzt kann also ich dachte gerade sie kommen auf sich ach so und kommen dann aber zu ihm denken sie das auch manchmal denke ich das dann geschafft ja das denke ich schon ich denke auch weiß nicht ob ich das heute noch schaffen würde ja also das denkt man ja oft das denkt man oft aber jetzt wie gesagt habe ich in dem alter das noch mal so hinkriegen würde weiß ich nicht und bin heilfroh ist wie gesagt mit allen mängeln die ich auch empfinde die ich also auch bei mir empfinde wo ich irgendwie dinge nicht richtig gemacht habe aber das doch einigermaßen gut hingekriegt zu haben und vor allem auch immer möglich zu haben zu hause zu sterben hatte ich ihm versprochen das haben wir ja auch gegen widerstände hingekriegt und ja da bin ich sehr froh da bin ich sehr froh sie wollen aber wissen wie es mir geht im rückblick aber sie können es mir auch nachliefern als textform nein es ist schon so dass ich denke was ich aber eigentlich vorhin schon gesagt habe woher kam die kraft wie hast du das alles geschafft ich habe ja in der zeit auch noch ein dach ausgebaut und ich habe ja wie gesagt auch noch gearbeitet ein bisschen und gearbeitet und so weit wie möglich und ich habe keine ahnung manchmal staune ich tatsächlich im rückblick schön also das ist doch warum fällt das also wenn sie haben das schon erzählt mit den männern dass die nicht dass die da weniger lesen oder auch weniger kommen aber es ist ja allgemein ein thema krankheit also ich meine wir leben in der großstadt wie selten sehen wir kranke menschen wie selten sehen wir behinderte menschen das ist ja alles total weggesperrt ne und und wir gehen auf der straße sind geschminkt oder nicht geschminkt tragen ordentliche sachen oder nicht aber es fällt uns total schwer mit krankheit umzugehen ja deswegen ich hatte eine freundin die ja gesagt hat bitte erzähl jetzt mal die geschichte habe ich gesagt du es ist in der welt gerade war auch vor fünf sechs jahren schon so so viel los dass ich denke ich müsste eigentlich wenn ich was schreibe was politisches schreiben und da hat sie gesagt du bist wirklich ein bisschen blöd merkst du denn gar nicht wie politisch dieses thema ist genau das was sie gerade gesagt haben krankheit wird ja irgendwie so an rand geschoben wollen wir ja nicht wahrnehmen und ich habe das ja vorhin schon kurz erwähnt dass viele leute wie gesagt auf die andere straßenseite gegangen sind wenn ich ihn da in seinem rollstuhl durch die straßen schob und deswegen und das habe ich auch bei lesungen dann immer wieder gehört wenn die menschen erzählen wie einsam sie werden nicht nur weil die kranken selbst nicht gesehen werden wollen sondern selbst wenn sie gesehen werden wollten die leute nicht kamen um sie zu sehen weil die angst vor krankheit groß ist und auch gesellschaftlich wir mit krankheit nicht umgehen weil wir das nicht zum thema machen und das ist ja ein riesenmanko und insofern war das buch viel politischer als ich als ich angefangen habe zu schreiben gedacht habe und bin sehr froh darüber weil so viele mir dann geschrieben und auch gesagt haben dass ihnen das so geholfen hat dass ihnen das so geholfen hat dass jemand mal über krankheit schreibt und dass sie dadurch auch mit anderen jetzt leichter darüber reden können und das hat mich natürlich sehr gefreut weil wenn es den effekt hat das tut einfach gut meine bei mir war der effekt dass ich weniger angst habe vor dem was so kommen könnte also so eigentlich auch so eine idee dafür zu kriegen eine art role model okay falls es denn mal so ist okay wir brauchen auf jeden fall vorleser es muss schön sein wir brauchen humor wir brauchen würde wir müssen uns sachen vornehmen wie wir das wie das mal sein soll gerne eine schöne wohnung gerne eine schöne wohnung ja blick in den himmel wenn es möglich ist auch menschen die einem noch helfen genau und das hat mich zumindest schon mal getröstet und so ein bisschen gedacht ja okay so wenn also wenn dem mal so ist okay dann gibt es hier ein vorbild wie es sein könnte tja das nützt mir natürlich irgendwie wenn ich krank werden sollte auch nichts weil stellen sie sich vor ich werde krank aber ohne mich die alles organisiert ja das wäre keine gute idee ich möchte das nicht erleben weil ich wäre allein meinen sie wirklich dass sie allein wäre naja kein freund kein kind kein sonst was kann das leisten was man als frau leistet wenn ein mann so krank ist aber auch ein mann leisten kann wenn eine frau krank ist hoffentlich weiß ich gibt es ja und wie denken sie darüber nach also wenn diese wenn sie sagen das möchte ich nicht erleben dass mir vorher jemand hilft mich umzubringen ist das was tröstendes ja man muss nur den richtigen zeitpunkt finden ich erlebte es gab bei einer freundin die immer gesagt hat also bevor ich irgendwie alt und krank und gar nichts mehr kann bringe ich mich um und jetzt ist es zu spät jetzt setzt sie dement in einem heim und ist verzweifelt also man muss den richtigen zeitpunkt finden das ist die größte schwierigkeit glaube ich dabei also es interessiert mich jetzt so sehr dass ich fragen muss aber haben sie das schon also sie sind ja ein kontrollfreak wie sie schon zugegeben haben haben sie das schon organisiert ein bisschen ja ist das auch etwas also das ist eine dumme frage und umständen aber ist das auch so sie sitzen mir gerade über gegenüber und schmunzeln leicht ist das auch etwas als es ist ja was irgendwie was schreckliches aber auch ich sehe es in ihrem gesicht das ist auch was schmunzeln das hat nein nur weil ich auf ihre frage für etwas zögernd antworte und da ich schmunzelt darüber was ich alles nicht sage sehr gut die beherrschung klappt noch welchen gesellschaftlichen umgang sollten wir mit krankheit im allgemeinen haben keine angst und das ist gar nicht so einfach ich habe das gemerkt und wirklich diese zehn jahre erfahrung als eine freundin von mir einen schweren krebs bekam hatte ich zum ersten mal als ich sie besuchte angst vor dem besuch weil ich dachte wie wird das wie gehe ich damit um wie geht sie damit um und ich weiß ja das wichtige ist dass man hingeht und gar nicht sagt sondern erstmal zuhört und erstmal hinspürt was will die andere erzählen und was nicht andererseits habe ich eine sehr schöne erfahrung gemacht meiner freundin die starb irgendwann besuchte ich sie und dann war auch ihr sohn da da dachte das ist ja jetzt blöd dass wir beide hier sitzen also es wäre ja besser gewesen wir hätten das irgendwie anders abgestimmt und dann haben aber er und ich uns unterhalten und sie ist immer so weggenickt und immer wenn sie wieder aufwacht da hat sie gesagt ach das ist so schön dass ihr da redet und dann ist sie wieder eingeschlafen und da habe ich wirklich was verstanden habe ich gedacht das ist für den für den sterbenden wenn menschen kommen und die sich unterhalten viel einfacher als wenn nur einer kommt weil dann hat man ja irgendwie das gefühl man muss sich mit dem unterhalten und diesmal konnte sie einfach weg driften und wir beiden redeten das ist doch so wie als kind mochte man doch so gerne wenn im nebenzimmer was los war und stimmen hörte und dann fühlte man sich so geborgen und hatte das gefühl ach ich liege hier in meinem bett und nebenan sind irgendwie eltern freunde wer auch immer geschwister und so ein bisschen war das da auch an dem sterbebett und das fand ich ja das fand ich sehr sehr schön zu wissen dass man sagt gut zu zweit hingehen dann kann der sterbende in ruhe gelassen werden und man redet aber sie hört oder er hört die stimmen sind sie weil sie dem tod jetzt näher gekommen sind weniger ängstlich was den tod betrifft ich wusste dass sie das fragen würden weil ich mich das selber immer frage ich weiß es nicht genau es wechselt es wechselt sehr manchmal denke ich ich habe schon so viel gelebt wäre jetzt auch gut wenn es passieren sollte aber eigentlich auch nicht eigentlich habe ich noch lust irgendwie ein bisschen weiter zu leben oder auch ein bisschen mehr ich habe zu spät angefangen so richtig zu leben so wirklich die ich sage immer die berstende fülle des lebens zu genießen und zu erkennen und ich kann es ihnen nicht sagen wir haben natürlich alle den wunsch habe gerade gestern mit jemandem drüber gesprochen dass wir sagen ach wäre das nicht herrlich wir schlafen abends ein und machen morgens nicht wieder auf und so eine lange leidensphase dafür hat man natürlich auch angst aber ich habe auch angst vor dem tod weil ich nicht weiß was danach kommt das ist für ein control freak ganz schwierig weil ich ja nicht weiß wie ist es denn da und dann habe ich immer den hades stelle ich mir so grau vor ich glaube ich habe angst vor mangelndem licht hat ihnen ihr und stille absolute stille kein vogel keine ahnung aber vielleicht ist es ja auch ganz anders vielleicht ist ja die seele ganz glücklich wenn sie zwischen den wolken schwebt hat ihnen ihr manchen gruß geschickt ne noch nicht eine freundin von mir das finde ich auch toll also das hat ja jeder so eine vorstellung ich kenne mehrere leute die sind ganz sicher sie treffen ihre männer wieder wenn sie sterben manche wollen es aber auch nicht manche wollen es auch nicht aber die die es wollen denken auch so und eine freundin hat mir neulich gesagt dass sie ganz sicher ist wenn sie stirbt kommt ihr vater und hilft ihr den weg zu gehen ins jenseits ist doch auch eine schöne vorstellung dass jemand kommt mir die hand reicht und mir hilft mal gucken mal gucken ich kann es ihnen dann nicht mehr erzählen oder vielleicht doch wir werden sehen ich plane das hier noch eine weile zu machen aber ob ich aus dem jenseits irgendwie sie dann noch erreiche wer weiß na vielleicht bin ich auch da na also augenblick mal 20 jahre unterschied oder 30 oder so was vielleicht 30 man weiß nie was kommt ein glück nicht ein glück nicht diese lehre vor der sie ja auch berechtigter weise angst haben noch mehr hatten würde ich vielleicht rein küchen psychologisieren wie haben sie die gefüllt nach seinem tod und diese lehre nach seinem tod also auch vor allen dingen dieses naja haben wir schon ein paar mal gehabt diese angst eigentlich allein zu sein also auch in der wohnung allein zu sein die haben jetzt eine mitbewohnerin aber ja ich habe sehr schnell wieder angefangen zu arbeiten mehr gearbeitet ja viel mehr natürlich nicht nur mit den büchern sondern auch davor ich habe richtig viel moderiert und bücher besprochen und fürs radio gearbeitet und so weiter und so fort also ich war habe richtig noch mal losgelegt weil ich wollte wissen ob ich noch mal schaffe also ich wollte wissen ob ich mit wie alt war ich da 67 habe ich mit 67 nochmal richtig loslegen kann und das hat geklappt also ich würde ja sagen also ich kenne sie ja durch die bücher erst und ist es ist sie sind doch schon jetzt bekannter als jetzt vorher als fernsehjournalistin oder also auch gerade durch diese bücher also dass man kann das selber immer nicht so genau beurteilen vielleicht ja aber wenn man so wenn die jungen leute die heutzutage immer angst haben vor dem alter das ist dass man das jetzt unbedingt mit 20 noch schaffen muss als autorin oder autor kann man sagen kann man sagen guck mal die alte das stimmt lehre gefüllt wie haben sie das gemacht lehre gefüllt ja wie gesagt durch arbeit und natürlich immer wie immer andere menschen ja unglaublich also ob es nun ich weiß war dann jede woche ein nachmittag bei den enkelkindern eine freundin hat oft angerufen so abends gegen sechs und hat gesagt hast du dich schon bewegt wenn ich dann so sagte ja eigentlich nicht hat sie gesagt zehn minuten stehe ich vor der tür und wir radeln einmal durch den tiergarten so also und andere menschen spielen habe ich jetzt schon mehrfach gesagt in meinem leben wirklich eine ganz große rolle also verbindungen herzustellen mit anderen sowohl persönlich als auch politisch finde ich das irgendwie eine ganz ganz wichtige für mich wichtige geschichte da gibt es ja menschen die sind es gibt glaube ich menschen die anrufen menschen die angerufen werden also manche sind so die vergessen keinen geburtstag diese totale soziale wesen oder andere die sind eher nicht und auf die bezüge gegangen sind sie da sehr proaktiv also gestalten sie das sehr also gestaltet ich telefoniere fast gar nicht weil das habe ich eben verlernt in den jahren der krankheit ja ja da hatte ich keine kraft auch noch zu telefonieren und das habe ich irgendwie nie wieder so richtig gelernt viel geht bei whatsapp und sprachnachrichten oder tippi tippi ne schon schon auch kurz erzählen was los ist aber auch immer wieder verabreden also sagen gehen wir ins kino gehen wir spazieren machen wir dies machen wir das und ich habe gerade beschlossen dass ich jetzt wieder anfange zu kochen ich habe irgendwie seit jahren nicht richtig gekocht und leute einlade ich habe lust wieder meinen tisch zu füllen mit menschen und das bringt mir spaß wie schön dieses berstende leben wie kann man sich das also wie kann man sich das vorstellen also was ist dieses berst was 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 ist da los naja in dem berstenden leben ist viel neugier viel neugier und im moment auch weil ich so viel gearbeitet habe in letzter zeit so lust mich aufzufüllen also kino theater oper konzert museum ich war zweimal im barberin in dieser wunderbaren munk ausstellung mit den landschaftsbildern die ich sehr mag und es sind ja ich kann es nur wieder sagen es sind die gesinnt die kinder also meine tochter die enkel und das sind die menschen um mich herum und dadurch ist das leben enorm lebendig und was rufen sie den menschen zu die sagen so ich habe angst vom alter ich habe angst oder ich mein spannendes leben ich bin jetzt keine ahnung die eine midlife crisis haben weil sie jetzt 40 50 werden ich werde irgendwann irgendwann ein paar jahren naja wollte ich gerade sagen sie haben ja noch zeit wie fand ich denn meinen fünfzigsten geburtstag fand ich nicht so schlimm aber was rufen sie den menschen zu die jetzt sagen jetzt sagen sie haben angst vom alter also scheint ja naja ich würde immer sagen sehr reich zu sein ja für mich ja ich würde immer sagen kümmert euch um andere menschen pflegt freundschaften also ich wollte ich habe das erlebt bei freunden also die dann einsam wurden im alter weil sie das sehr vernachlässigt haben und weil sie nicht mit anderen ich wiederhole mich in verbindung getreten sind und geblieben sind und das finde ich für mich ganz wichtig das macht mein leben lebendig weil es andere menschen gibt und ich glaube das wäre ich wäre wirklich meine gesagt wenn ich den rat geben sollte oder sie haben das jetzt elegant umschrieben haben gesagt zurufen statt rat geben ja das wäre so dass ich sage guckt dass ihr in verbindung bleibt es gibt ein schönes zitat in dem buch to be beautiful means to be yourself ist auch tic nathan ja habe ich nicht finden sie sich schön oh gott sie stellen fragen also manchmal gucke ich in spiegel und denke ist doch gar nicht so schlecht manchmal gucke ich in spiegel und denke gott dieser alte schacht also das heißt noch nicht eben noch nicht ganz angekommen oder doch oder in der wirklichkeit angekommen kann man kann ja auch sein das kann natürlich auch sein eben ja ich würde so langsam zu ende kommen außer sie haben noch etwas wo sie sagen den topf lassen uns den topf lassen uns noch den topf aufmachen das ja würde ich sagen ich stelle gleich noch drei schnelle fragen aber eine sache die ich mir über für dieses jahr als überschrift gegeben habe ist zuversicht weil es ist ein jahr ist was schon im letzten jahr schlecht geredet worden ist auch von mir und ich glaube das hilft uns nicht weiter wenn wir die ganze zeit schlecht über 2024 reden was schenkt ihnen zuversicht was macht sie zuversichtlich also am 18 märz kommt ein kleines büchlein im kleinen kiona verlag am neuen verlag das heißt liebe enkel oder die kunst der zuversicht und da steht drin was mich zuversichtlich macht also kaufen sie ein bisschen ein bisschen ein bisschen was ich vorhin gesagt habe also dieses schauen was junge menschen alles auf die beine stellen tun wie sie denken wie sie sich verknüpfen wie sie ob das auf welchem gebiet auch immer es ist und da gibt es so viel und da gibt es so viel kraft dass ich denke warum soll ich mich jetzt in diesen pessimismus hineinwerfen der nur dazu führt dass sich nichts ändert also ich glaube dass wir die kunst der zuversicht tatsächlich brauchen damit wir die welt wie sie ist ein wenig verändern können weil sonst bleibt alles wie es ist und das können wir uns nicht leisten also müssen wir zuversichtlich sein und sind es ja ehrlich gesagt immer ich meine ich bin zuversichtlich wenn ich gleich auf die straße gehe und in die u-bahn steige dass der u-bahnfahrer falls es die noch gibt und es nicht alles irgendwie automatisch geht irgendwie nicht besoffen über die schienen fährt oder mich vorher ein auto überfährt oder sowas zuversicht haben wir ja täglich also wir würden ja morgens gar nicht aufstehen wenn wir keine zuversicht hätten aber auch diese gesellschaftspolitische zuversicht die ist richtig nötig und die muss man üben die muss man richtig üben also die übe ich jeden tag nachdem ich die nachrichten gelesen habe übe ich wieder ein bisschen zuversicht dann sind wir alle die letzten drei fragen was denken andere über sie was nicht stimmt was denken andere über mich was nicht stimmt bisschen was ich vorhin schon angedeutet habe ich bin nicht so selbstbewusst wie ich scheine gut sie haben wahnsinnig viel gelesen lesen immer noch wahnsinnig viel würde ich behaupten auch wahnsinnig viel nicht gelesen auch wahnsinnig viel nicht gelesen welches buch würden sie nach diesem gespräch den zuhörenden empfehlen wahrscheinlich claire keegan und ich bin so schlecht mit titeln small things heißt das und ich glaube daraus ist jetzt ein film auch geworden der sogar die berlinale eröffnet hat claire kegan ist eine irische schriftstellerin die ganz dünne bücher schreibt ganz dicht da hat man das gefühl es ist nicht ein einziges wort zu viel und das ist eine sehr persönliche und sehr politische geschichte auch über die die praktiken der katholischen kirche in irland die schwangere junge frauen aufgenommen hat ihnen die kinder weggenommen hat und sie als billige arbeitskräfte benutzt hat aber auf so eine feine art geschrieben und so so großartig erzählt ein fantastisches buch small things claire kegan kegan und die letzte frage ich habe eine große plakatwand am alexanderplatz imagination ist gefragt und sie dürfen darauf schreiben was für alle darauf zu lesen ist was schreiben wir da müsste ich kurz ausholen ich hatte mal ich habe irgendwie war ja irgendwie auch schon mal politisch ein bisschen aktiv und also nicht an parteien oder sowas was vielleicht ein fehler ist aber darüber reden wir jetzt nicht sondern ich hatte mal bürger organisiert und das so bürgerinitiativen gegründet und einmal haben wir etwas ausgeschrieben weil damals war die zeit der partei und politikverdrossenheit welchen satz wir alle hören müssten damit wir wählen gehen und die demokratie wichtig finden und begreifen was ich vorhin gesagt habe ist nicht ein zustand sondern ein prozess und das haben wir im radio und so ist das überall abgenudelt worden und dass dieser satz gesucht wird und dann hatten wir eine kleine jury und dann hat gewonnen eine 17 jährige ein lehrling gibt es das weiblich weiß ich nicht lehrende würde man heute wahrscheinlich sagen wie auch immer jedenfalls ein 17 jähriger lehrling weiblichen geschlechts aus einer relativ kleinen bayerischen stadt ich lebte damals in münchen und den satz den suche ich jetzt nämlich gerade weil der würde wunderbar auf die plakatwand passen der geht er war noch schöner als ich ihn jetzt in erinnerung habe wer heute seine stimme nicht benutzt und nicht wählt hat morgen nichts zu sagen das wäre der satz den ich auf das plakat schreiben würde das ist ein super satz den nehmen wir vielen herzlichen dank für ihren besuch herzlichen dank für die einladung hat mir richtig spaß gemacht und ich bleibe gespannt und gucke zu und schau den schau den schmelzenden berg weiter an ich danke ihnen das war gabriele von arnim vielen vielen herzlichen dank fürs zuschauen und auch zuhören was ich aus diesem gespräch mitnehme ist die suche nach einem selbst eine lebenslange reise ist ich denke manchmal ich bin fertig so wie ich bin jetzt irgendwie alles gut so bleibt ja und dann kann noch mal alles ganz anders kommen so wie in ihrem leben und wenn ich das so höre wie sie darüber spricht dann ist das ja auch eine sehr sehr gute sache dass man immer weiter auf der suche ist so wie ihr neues buch der trost der schönheit eine suche darum geht es ich bin gespannt was ihr aus diesem gespräch mitgenommen habt schreibt das gerne in die youtube kommentare direkt runter oder bei spotify geht es auch ganz einfach und so kriegen alle verschiedenste perspektiven auf dieses gespräch mit hier gab es auch wieder einige sätze die wirklich richtig schöne zitate sind die man sich auch an die plakatwände am alexanderplatz sehr gut vorstellen kann ich möchte mich herzlich bedanken bei maximian frisch für die produktion bei annie hofmann für die redaktionelle unterstützung und bei mitvergnügen für die distribution und vermarktung und wenn ihr lust habt noch eine weitere folge zu hören dann möchte ich euch die folge mit marianna lecki empfehlen gabriele von einem hat mich davor erzählt dass sie diese folge gehört haben deswegen könnte das jetzt vielleicht auch mal ich wünsche euch noch einen schönen tag eine gute nacht auf bald